und alle natürlich auf slicks alle vor mehr direkt auf 60 kmh ich dachte mir alle jetzt haben wir jackpot getroffen die alle fahren ja so langsam die ich mache jetzt hier 20 plätze gut und ich bin doch so eine bmw gd4 vorbei gefahren und zwei sekunden später habe ich ihnen die augen geschaut weil ich so also komplett in die flanke reingefahren wird dann kam ich dann kam ich in den audi hospital die danach ein die ganzen audi fahrer komplett am tod lachen in der hospital eingeplankte eine porsche gt4 das war doch zeitlich das war krass ganz kurz wie lange geht noch das sind hier unten okay also 15 minuten noch gut männer ist es für euch okay wenn ich eine stunde kurz weg bin kriegt ihr das hin schon oder mein doof was braucht ihr eh nicht wir kriegen schon auf uns allein aufpassen ich habe das schon lange stumm gestellt du wirst uns fehlen aber das gleich wenn irgendwie schaffen ich gehen ich gehe nur kurz was essen nach guten appetit merci danke bis später wieder speedy dein einfall in meinem chat finde ich auch gut dann haben wir alle in alkoholvergiftung ja nach zehn minuten audi david vielen dank für den prime sub und auch ricky 86 vielen vielen dank für den resub idea macht ricky heute voll moin 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 und damit gehe ich wahrscheinlich jetzt auch was kurz kurz was futtern und marcel wie gefällt dir jetzt ein racing also ich sag mal es ist der beste online sind da hast du auch recht total mal finde ich auch scheiße die mich auch recht die bremse finde ich auch ein bisschen zelt aber an sich ist es soll das gesamtpaket ist halt hier am besten seid ihr die neuen gt3 reifen schon gefahren nein noch nicht aber ich habe gehört dass es sehr gut ist ja ich muss noch mal fahren schauen aber nur erzählt es halt viel mehr pushen kann es auf die reifen ja richtig genau das ich muss sagen jungs ich war am anfang kein effektor fan aber das rennen allemal ok klar grafik online katastrophe aber das auto hat sich echt real sind und gut angefühlt muss ich sagen kannst du ein bisschen für selben hier und da kerwin ich weiß nicht wie dein vieler genau ausschaut damit wir gleich über die linie ein bisschen lift und coast damit wir da sicher sind ansonsten holst du gut auf also du musst ja wenig druck machen wir werden nur etwas mehr als zwei minuten rückstand haben obwohl du die reifen abgeholt hast du hast ein reifen wechsel hast du schon raus gefahren fast jo vielen dank auch dafür hinweist skywalker was selber 52 4 nur aber auf 37 grad es läuft zum einen der attacke gucken wie es ist mit viel selben allem gut und dann geht's los jo Max könnt ihr das mit dem fuel übernehmen für karen ich bin da mal kurz was futtern damit ich gleich bei myself spotten kann roger roger ist gleich ja bis gleich was gleich geht für euch bis gleich noch der junge fonds ist ordentlich am zweiten jetzt 14 sekunden bis gleich einmal schnell viel kevin sieht auch glaube ich 21 35 ist genau drauf 0,2 mehr wäre vielleicht nicht schlecht copy aber pace bombe holz grad mehrere sekunden auf die vorne auf ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 so geht es noch länger oder soll ich schon mal rein schon das sind jetzt noch zwei komplette runden plus der rest circa neun minuten da kommen lieber nicht dass es ein problem gibt nur länger brauchst ok einmal sprit bitte 14 3 also ich muss noch ein bisschen sparen 0 2 dann bist du komplett safe 0 1 0 2 aber weiterhin bomben pace wieder 2,6 gut gemacht auf dem führenden ich bin wieder da boh ich superlaut ins brötchen rein knusper jute ich mich kurz ich bin wieder da Äh, Ju, Max, habt ihr Marcel schon erklärt beim Fahrerwechsel, dass wir das schnell machen müssen? Oder wie? Und auch, äh, Calvin? Ja. Ja, machen wir gleich, wenn er auf der Geraden ist. Ja, noch eine komplette Runde? Ja. Okay, ich gucke mal, ob das bei mir jetzt schnell geht hier, My Team Sessions. Also Calvin, gleich beim Fahrerwechsel ganz wichtig, sobald du stehst, sofort Escape drück, damit du ganz schnell raus bist. Ja, copy. Okay. Warte kurz, My Sessions, komm schon, komm schon, Drive. Mir passiert nichts, ich drück Drive und es passiert nichts. Refresh Page, hallo, iRacing. Du hast noch genug Zeit, kein Stress. Ja, mein PC ist ein bisschen langsam vom Session-Loaden. Komm schon, jetzt mach hin und bitte. Jetzt geht's, ich kann schon. Puh, okay. Okay. Ich glaube, davon hast du genug, oder? LMP, LMP, left side, clear. LMP, left side, clear. Kannst noch mal durchfahren. Bombastisch, Diggi. Nochmal viel. Bombastisch! Ja, Mann. Gib ein Köftespieß auf mich. Was ist ein Köftespieß, Diggi? Hab ich noch nie gehört. Ich schick's dir später bei Insta. Ich erklär mir später. Copy, copy. Ein oder zwei Runden mehr und er ist echt unter zwei Minuten rangekommen. Ich geh kaputt. Ja. Alles, ja. 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 Das cop passt. 川办. Ja. coercitive. Ja. Ja. Marcel, soll ich jetzt die Bremsballon zurückdrehen für dich? Ja, bitte. Ich weiß nicht, was Standard war. Was waren Standard, Leute? Ich glaube, 57, meine ich. 57,6. Okay. Wir sind aber immer mit 57 gefahren. Im Sprint kannst du währenddessen mal umstellen und gucken, Marcel. Okay. Gut, bin in der Session. Ich bin auch nicht aufgeregt, Marcel. Du machst das. Ja, ich bin auch nicht wirklich aufgeregt. Ich will einfach nur das nicht verbocken. Das ist alles. Nee, das machst du nicht. Einfach locker fahren. Faxa ist fackst du mit Limitern nur nicht. Das machst du auch. Kein Druck, aber wir wollen gewinnen, ne? Ja, ja. Das geht mir genau so. Wer hat eine halbe Minute rausgefahren, jetzt bist du dran. Do it for the gram, Marcel. Wenn du auf unter einer Minute rauskommst, hau ich noch ein paar Gifts ab so aus. Na, bester Mann. Ich muss so schnell, wie es geht, auf Driver Stop drücken, oder? Ja, und Calvin muss... Sobald da Race steht. Und Calvin muss Escape gedrückt halten, direkt am Anfang. Sobald das Auto stoppt. Okay. In, 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 top job, Calvin. Danke, Bro. Wäre wieder super, wenn irgendjemand meinen Stream schauen würde, und mir bei Cap sagen würde, dieser Average Fuel Verbrauch, weil ich den ja nicht sehe. Können wir machen. So, sauber, Leute. So, Escape direkt gedrückt halten, glaube ich. Und oben direkt auf Race jetzt rein. Bin raus, bin raus. Race, race, race. Hab schon gedrückt, hab schon gedrückt, steht Wait. Jawohl, sehr gut. 23,8 Optional Repairs, nehme ich die? Oh. Nein, 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 lass es einfach. Wenn, wenn das Auto runter ist, dann fährst du einfach los. Fahren, 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 okay. Beim Reifenwechsel dann, oder? Da geht Auto runter. Wägst du mir Reifen, oder nicht? Nein, 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 nein. Du fährst weiter, guckst, wie das Auto fährt. Das wird eh sich ein bisschen... Das Auto ist wie neu, Digi. Mach dir keinen Kopf. Ich glaube, du hast zum Schluss in den Porsche-Kurfen einmal minimal geclippt, gerade, oder? Ne, ich glaube, das war vorhin Curb zu viel. Na, egal. Ist, wie gesagt, ja, stimmt. Ist mir eh scheißegal. Auto fühlt sich gut an. Okay, zwei sind uns vorbei. So, viel Glück, viel Spaß. Dankeschön. Viel Glück, bro. Danke, danke. Vorsicht, der Volt in. Und ein LMP-2 von hinten. Geht nach außen. Und clear. Wenn du mehr oder weniger willst, sag gerne Bescheid. Die nächsten Autos sind LMP-1. Die sind ungefähr zehn Sekunden weg. Okay, wie weit bin ich weg vom zweiten? Steht schon da? Das wissen wir, glaube ich. Ich schau sofort. Äh, 7,2. 7,2. 17,2, Drew? Nein, 7. 7,8 gerade. Oh, okay. Ja, war gerade Messung und Neuigkeit. Also, round, äh, roundabout acht Sekunden. Okay. P2 ist aber, glaube ich, auch ein bisschen schneller als P1 unterwegs. Ja, ja. So, LMP-1 keine Gefahr. Der geht jetzt vorbei. Kannst du mir das mal hier dran gewöhnen. Okay, der ist. Ich geh mal was snacken. Bis später. Guten Abend. Danke schön. Gleich wieder für den Finish, ne? Ich hab dir auf Instagram geschrieben. Ja, gerne, bro. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich, äh, komm gleich wieder. Jo. LMP-1 kommt. Ja. Bleib auf der Spur. Jawohl. Ansonsten soll Mythic fahren tatsächlich, glaube ich, eine Zehntelsekunde bringen, hab ich jetzt gehört. Wenn kein Verkehr ist. Der LMP-2 holt dich safe vor den Porsche-Kurven. Das ist super. Und der andere wird nicht zum Problem in den Porsche-Kurven. Ja. Alter, wie spät ist der denn rübergezogen, der Typ? Marcel hört das jetzt gerade nicht, aber meine Güte. Okay. 0,4 auf die Runde. Was? Laut Linus. Ach, der Schaden? Okay. Ja, den gucken wir mal. Der LMP wartet hinter dir. Und jetzt kann er vorbeiziehen. Guck mal die Reifen. 84 vorne links 86, hinten links 80, 77, okay. 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 Kannst du jetzt erstmal verschnaufen mit Verkehr. Und Marcel91, vielen, vielen Dank dir für den Prime-Sub. Vielen Dank Datest Pilot, Datest Pilot für den Prime-Sub in den zweiten Monat rein. Und HX-FF-EX für den Prime-Sub. Merci, Leute. Oder der Ferrari ist aber auch echt. Es ist ein Wunder, dass dieses Auto nicht einfach nur auseinanderfällt, sondern dass es tatsächlich noch rollen kann. Und Niklas, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Johnson Racing auch im zweiten Monat mit Prime. Und lässt ein Herzchen da. Was geht? Was geht, mein Lieber? Das sieht dann in der Slowmotion aus. Das ist der Perspektive geschuldet. Klassisch-Lackierung bei der Motorhaube, oh Gott, oh Gott. Der LMP-2 wird in den nächsten Kurven noch nicht auf dich auflaufen. Er ist an einer unkritischen Stelle. Okay. Ja, also die Lücke zum Auto vor uns müssen wir jetzt erstmal nicht schließen. Die haben, glaube ich, eh aktuellen weltesmäßig schnellen Piloten auch drin. Erstmal nur zum Leader die Lücke schließen. Ja. Ich glaube, jetzt kommt er. Kannst vielleicht aber noch vorne bleiben. Ja. Ja. Ja, kanns vorne bleiben. Erwartet. Und er bleibt auch hier hinten. Und jetzt kannst du hier außen bleiben. Genau. Neben dir. Und clear. Wunderschönes Auto einer wunderbaren Marke. Ja, Niklas, merci. Rundenzeiten sind relativ langsam gerade für mich. Ja, gewöhn dich erstmal ins Auto. Alles gut. Vom Spritverbrauch hast du, glaube ich, den Bug war schon drin. Ohne, Niklas, der Calvin ist gerade nicht mehr da, aber wird übermittelt. Wie viel fährt der Zweite und Erste von Rundenzeiten technisch? 53,6 und 54,6. Was? Die hatten einen Fahrerwechsel. Der Fahrer auf Platz 1 ist ein schnellerer Fahrer, als der, gegen den Calvin quasi gefahren ist. Okay, ist das Step 5 Karting? Ne, die sind komplett zurückgefallen. Die sind auf 4. Oh. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war quasi der schnelle Fahrer, der gemeint war, ob das der 5,4K-Rating-Typ ist. Aber nee. Der schnelle Dude hat 2,7K-Rating. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin mal eben schnell und der Dusche, bis gleich. Alright, ja. Ich dachte, dass das in irgendeinem Bezug auf den die Pace vom 5K-Typen nochmal bezogen war. Also... Keine Ahnung. Wie gesagt, Nacht nicht geschlafen. Vielleicht ist man nicht unbedingt immer 100% auf Höhe. Auf der Höhe. Boah, also der Typ auf Platz 1 reißt jetzt aber wieder ab, ey. Aber Marcel findet langsam zu der Pace. Sie ist aber auch noch echt frisch aus. Danke. Hab mich auch mehrfach schon wieder frisch gemacht. Und Sigi Hadi, viele Dank für den Primestop. Ja, sieh mal, lieber. Und guten Tag. Sind das wirklich weniger Fahrzeuge auf der Strecke? Es kann natürlich auch sein, dass man mal ein bisschen mehr Glück oder weniger Glück hat mit der Verkehrssituation. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei Max oder Jew, bei einem der beiden, in den Nachtstents, in einem späten Nachtstent, dass da noch super viel los war. Ich warte nach dem Stop auf Platz 2. Nee. Ich erkläre das System nochmal, wenn... Die Anzeige aktualisiert sich jede Runde. Und wenn wir über die Linie fahren, werden wir an die Box gehen. Während die anderen irgendwo anders sind. Nachdem wir die Linie überfahren, kommen wir zum Stehen. Dann fahren die irgendwann auch über die Linie. Sind aber vorbei an uns. Dann fahren wir denen hinterher. Und wenn wir dann... Und dann die Runde darauf, wird das erst aktualisiert, dass wir Dritter sind. Und nicht Zweiter. Wir fahren zwar als erstes über die Linie, aber... Sind weiter hinten. Ey, Mick. Was geht, mein Lieber? Was machen Sachen? Nerds. Trimma. Wie sieht es denn aus mit Benzin? Also der Fuel Average. Soll ich dir auf der Stadt hier gerade? Okay. Mensch, Mensch, Mensch. Muss auch passend gekleidet sein hier. Genau, 73 ist kurz, ja. Der IQ. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, äh... Der beste Gran Turismo-Sportspieler der Welt. Im Chat. Mikael Desal. Und Schmidi, danke dir für den Primestop. Moin Moin. Und guten Tag dir, mein Lieber. Der schnellste Subaru-Fahrer, genau. Der einzige Subaru-Fahrer auch. Aber trotzdem sehr, sehr schnell. Ja, und Johnson Racing war mal einer der schnellsten Forza-Spieler. Oder der schnellste Forza-Spieler. Okay, jetzt sieht die Pace gut aus. Der Führende verliert. Der verliert an Pace. Ich würde behaupten, Marcel fährt jetzt... Ich fährt schneller als P2. Du holst jetzt zu P2 auf. Gut gemacht. Ah, doch wohl... Ist da auch minimal drüber. Passt also. Hat wohl doch einen Ticken verloren, aber ist egal. Gebt da jetzt natürlich nicht durch, hey, du verlierst nur eine Zehntel oder so. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich bin sehr, sehr. Das ist so dumm. Was wäre der erste für Rundenzeiten? 54,5 Gleich wie du Okay Und wie weit ist er weg? 1,40 Wäre es möglich, eine kurze Zusammenfassung für die gerade Eingeschalteten zu bekommen? Nee, weil das sonst alle zwei Minuten der Fall sein würde Und dich sonst mit nichts anderes beschäftigt wäre Wir haben ein 24-Stunden-Rennen bestritten Und zwar bereits fast 20 Stunden Und nun geht es in die letzten vier Stunden Wie fühlt sich das Auto an? Wie fühlen sich die Reifen an? Alles gut eigentlich Also hat sich irgendwie nicht vom Gefühl her verändert Am Anfang Okay, top Hinter dir kommt ein LMP2 Und dahinter noch ein LMP1 Okay Die müssten allerdings wahrscheinlich hinter dir bleiben Ja, erstmal zumindest Jawohl Auch ich kann mir你在 neun Ver tea Duit Und da unseren Wir Le W W Wir Der Reel ist Danny Ricciardo. Und Moin Mirari. Äh, fit? Ja, ging schon. Morgendlichen Mütstunden überlebt, überstanden. Und jetzt geht's hier in die finale heiße Phase. Sind die LB1 besoffen? Ich möchte dazu kein medizinisches Urteil abgeben. 64.0, das sieht gut aus. Niklas, meinst du ein Powernap könnte problematisch werden oder heilsam sein? Ich fühle mich eh in der Lage noch gut zu fahren. Fahren sowieso. Reden bin ich eh ein bisschen Panne wahrscheinlich, wenn's um Englisch geht. Mehrere Takes, ja. Live? Dann habt ihr was für eine Cringe-Compilation. Dann habt ihr auch die Cringe-Compilation. Dave hatte um neun seinen großen Cringe-Auftritt. Was ist denn gemeint? Da ist die Cola wieder. Die Sophia Flirsch Cola. Dass das alles innerhalb einer Livestream-Übertragung passiert ist, dass ich die Sophia Flirsch Cola erwähnt habe und jetzt noch mal. Oh Miraria, das ist ärgerlich. Ja das ist ärgerlich. Ich glaube du magst die Flirsch. Nur ich mag ihre Diskussionsart. Ihre Fähigkeit Zusammenhänge in den richtigen Kontext zu setzen und auf Basis vernünftiger Argumente gegen Positionen zu widerlegen. Find ich gut, wie sie das macht. Ja aus den 24 Stunden Rennen werden Videos entstehen. Hast noch ne ganze Weile keinen Verkehr hinter dir. Und Moin Tico. Ja aus den 24 Stunden Rennen. Ja aus den 24 Stunden Rennen. Ja aus den 24 Stunden Rennen. Markus Janssen, was ist denn das für ne Umgangsart mit anderen. Da der sich zu schön dafür ist. Ein bisschen vernünftiger kann man das ja schon dann formulieren. Davis verliebt. Absolut in den Skin den wir hier haben. Von Nicen gebastelt. Super. Wow Max auch jetzt mit einem unangebrachten Kommentar. Kommt schon Leute. Wir haben ein 21 Stunden Stream hinter uns. Mit eigentlich so verdünftigen Sachen jetzt nicht anfangen irgendwie nachzulassen. Erste LMP-Überrundung wahrscheinlich nach der Schikane. Ich fang grad so den Scheiß zusammen, ey. Ganz entspannt, versuch dich dran zu gewöhnen und in den zweiten Stints holst du es dann. Ich denke du bist jetzt schon auf dem zweiten Stint von dem Reifen. Servus Julian, wie läuft es denn eigentlich bei euch? Was? Das war die Schikane. Du bist ja die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Danke Krass, Alter Erst Charlie Martin besiegen und dann Jimmy Broadbent Aber so war die Reihenfolge Das bringt mich übrigens ein wenig in Bedrängnis, Niklas, dass ich sowohl auf PC als auch auf PS4 zocke, weil ich dann ein bisschen was umstöpseln hier muss Aber soweit ich weiß, ist es ist zwischen den beiden Segmenten ein bisschen Zeit Das will ich hören, genau Genau LMP geht jetzt vorbei. Sprit bis den Liter drüber. Ja, scheiße. Oh, das war so knapp. Körper hat noch gepasst. Ja, du hast einen Slowdown. Solange du die rechten Reifen noch auf dem Körper hast, passt alles. Ich hoffe, ich habe mich bei Schmidli für den Prime-Sub bedankt. Vielen, vielen Dank ansonsten. Ja, Niklas, ich schaffe das. Aber du traust mir nicht, zu wach zu bleiben während der Show. Oh Gott, das wäre so unangenehm, wenn ich da jetzt wirklich einschlafe. Das war die Rundenzeit von P2, letzte Runde. Äh, 0,4 schneller als du. 1,54,4. Ich kenne keinen Stress, die können ganz genau jetzt auch auf neuen Reifen sein. Und du bist jetzt auf dem alten. Weil ich glaube, wir haben echt Zeit gut gemacht. Weil als Calvin reinkam, waren wir 30 Sekunden weiter hinten. Was? Wir kamen mit 2 Minuten 10 rein. Du bist jetzt bei 1,40 nämlich rausgekommen. Wie gesagt, der Führende hat auf jeden Fall neue Reifen mitgenommen. Hat Joe auch gesagt. Aber der zweite hier nicht. Doch. Nein, P2 Old Tires. Ja, P2 ist noch auf alten, sehr gut. Aber die sind sowieso aktuell sehr schnell. Aber die haben auch nicht viele schnelle. Die können nicht komplett damit durchfahren. Insofern, die ist geschehen. Erstens das und wir haben die zwei Laps. Also die haben den extra Stint am Ende. Ja. So, mach dir keinen Stress. Du kriegst gleich neue Reifen und lässt es richtig krachen. Na gut. Ich werde es nicht richtig krachen lassen. Lieber nicht. Halt es um Warn. Schaffst du schon. Was am Ende nochmal ins Kiesbett geht und dann auf einmal ist wir dasselbe Stelle. Auch hier nochmal kurz zur Erklärung. 294 ist nicht die Runde, in der wir uns befinden, sondern die Runde, in der wir zuletzt einen Boxenstopp gemacht haben. Die Runde 303 ist die aktuelle Runde. Aber das erklären schon viele im Chat. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Kommst du mir das so vor? Oder hat sich die Ideallinie erst im Laufe des Rennens gebildet? Lol. Das ist ja ein Skandal. Habt ihr gesehen, wo die Ideallinie verläuft? Ich wette, da gibt es zu iRacing einen Cut. Safe. Jo, alles gut Holz. Deswegen führen wir dich da auf den korrekten Pfad. Auf den korrekten Holzpfad. Wie zufrieden war ich mit meinen Stints. Der erste Doppelstint war super. Der zweite ausbaufähig. Definitiv. Der ist nicht Gummiwurzel. Weiß man nicht. Also manches sah für mich so... Die Gummiwurzel sehen für mich so ein bisschen eher gepunktet aus. Aber ich würde mich auch täuschen jetzt. Du holst jetzt auch zu P2 auf. Ich denke, du siehst auch aus wie ausgequatzt. Schau mir in die Augen, Baby. Zum Glück hast du also gesagt, dass ich auch ausgekotzte aussehe. Genau wie du. Ja, mindestens, ey. Glaub mal. Bis später, Niklas. Ich war gerade schon duschen. Ich habe hier gehangen, ey. Ich hätte so sehen müssen. Ja gut, Timo. Das kann sein. Ja, geduscht. Ich glaube halt, dass man relativ viel Farbe aus dem Gesicht verliert, wenn man mal nicht gepennt hat. Aber nach dem Overtake... Nach dem Overtake-Event, da wird erstmal, wie gesagt, sich hingelegt und gepennt. Morgen Abend habe ich dann noch ein Event, aber ab morgen Abend wird dann auch Last of Us 2 gestreamt. Machen wir mal drei, vier Tage Pause von Simracing. Oder vielleicht eine Woche. Und dann zocke ich nur noch der Last of Us 2. Hast du überhaupt schon gepennt? Nö. Ja, Rico. Nicht komplett Pause von Simracing. Ich habe ja am Montag dann die F1 2020 Karriere online und dann geht ja alles klar. Aber. Stimmt, warte mal. Morgen kommt noch was anderes eigentlich online. Spoiler-frei. Spoiler-frei. Ach so, beim Stream. Bei Last of Us 2. Alright. Ich dachte bei F1 2020 Karriere. What? Warum so viel Rückstand? Du warst eine Stunde weg. Hatten wir nicht vor einer Stunde mehr Rückstand? Wir hatten vor einer Stunde, glaube ich, über drei Minuten Rückstand, oder? Hast du einen Starttermin für F1 2020? Schumacher Edition am 7.7. Normale Vollversion am 10.7. Mehr kann ich nicht weitergeben. Während Marcel sich gerade gut einschießt. Sehr gut. Benzin ist super, Zeit ist super. Hast eine halbe Sekunde zur P2 geholt. Ein kleiner Fun-Fact. Der YouTube-Stream von iRisinger hat gerade mal 600 Zuschauer. Viele Runden macht Marcel noch ins Cent 1. Vier und drei weitere. Also, da muss ich noch mal drauf. Die Vier und drei weitere. Der Hut hat Parfumat. Töne Bruch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Moment, wenn Dave interessanter ist als der Veranstalter. Da sagt das bei Charles Leclerc, der weder Veloce noch irgendeinem der anderen E-Sportler oder Fahrer aus den NottoGPs folgt auf Insta. Aber mir? Wie auch immer. Warum auch immer. Verlieren wir wieder Zeit auf P1 und P2? Die grün unterlegte Zeit neben der letzten Boxen-Stop-Runde heißt, dass wir Zeit gut machen. Rot bedeutet, wir verlieren Zeit. Zu P1 zwar schon, aber ansonsten zu P2 machen wir gerade Zeit gut. Und auch im Delta sehen wir, auch in dieser Runde wird Marcel Zeit gut machen. Und ich bin gerade irgendwie zuversichtlich, dass er auch zu P1 jetzt gut machen wird. Ich muss sagen, der Mute-Button am Mischpult ist sehr, sehr hilfreich. Mischpult ist sehr, sehr hilfreich. – Säiden der Runde zuippen. Mischpult ist schon ein Nahtalik-Ambros. Mischpult ist ein Nahtalik-Aktalik-Aktalik-Aktalik-Aktalik-Aktalik-Aktalik-Aktalik-Aktalik-Aktalik-Aktalik. Ultraten, Wichtig sind als Jörglinge Erlebnis, die wir auch schon haben. Erfreich durch COD-Aktalik-Aktalik-Aktalik-Aktalik-Aktalik. LMP1 hinter dir, der bleibt, ist ein LMP2, sorry, alles gut, es zieht vorbei, das ist ein Slowdown, oder? Oh mein Gott, das war es nicht, heilige Scheiße, jetzt kommt ein LMP1, Zeiten sehen sehr gut aus, du bist mittlerweile in der 53er Region angelangt, du hast 1 Liter Sprit angespart, du kannst jetzt knallen lassen, wenn du magst. okay so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Super, du kannst komplett durchpushen. Kannst du mir die Zahl sagen, dass ich ein Gefühl dafür habe, dass 6, irgendwas was es ist? Also, das Blau oder was auch immer die Nummer ist bei mir oder kann das irgendjemand im Chat schreiben? Das wäre super. 6,92. Okay. Mein Last App war zu 6,98, also immer noch besser. Ich war fast nicht. Der LMP2 wird easy vorbeiziehen. Das ist super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20. fuck B2 ist an der Box schon? ja, die haben zwei Runden früher einen Stopp als wir immer Zeit war trotzdem sehr gut da muss ich runnen nach der nächsten Runde also am Ende der nächsten Runde eine Sache habe ich mir gerade mal überlegt zwei Runden nämlich sind die vom Sprit her bist du mehr als gut dabei nämlich sind die Porsche ich fang es anders an diesen Part das sind die LMPs immer so Angsthasen auf der Bremse ich glaube sie sind sogar schwächer als die die meisten haben sogar 4.000 I-Rating weniger als du das erklärt vielleicht auch ja ja ne und sind da nicht könnte vielleicht was dran sein sogar im Split was? hat man nicht einen sogar mit 800 bei uns im Split ja ja wird noch immer dreistellige dabei jo Nick next danke machen wir gleich auch mal ähm Marcel holt sich ja gleich frische Reifen ab und wir das sind ja richtig badass doppeln die Reifen ja das heißt Marcel fährt dann zweistens und dann fährt René nochmal zweistens bei den Porsche Fahrern an der Spitze ist es ja ein bisschen anders die haben quasi die frischen Reifen immer einstens versetzt das heißt entweder die nehmen einmal mehr frische Reifen mit oder die machen einmal Triple Stint das könnte kritisch werden für die wie schaut das mit den Reparatoren aus? sollen wir die abwarten dann beim Boxestop? äh fragst du mich das oder? äh die anderen beiden frag ich mir ja ok entschuldigung ich hab nichts gehört nochmal Reparatoren höchstens durch machen wenn wir äh Reifen wechseln also dann laufen die mit ich würd's äh nicht risken das kriegst du nicht raus also was ist jetzt der Plan? nicht extra auf Reparaturen warten aber während die Reifen gewechselt werden wird eh repariert deswegen das mitnehmen was halt da geht ok also im Grunde du fährst weiterhin wir machen deine Boxen-Crew Reifen sind jetzt gerade in den Porsche-Gruppen echt schon hart scheiße ich bin noch am Schlittern und ich bin noch am dass wir w Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ganz bescheuerte Frage. Wir hatten gerade keinen Reifenwechsel und wir machen doppelt weiterhin. War jetzt geplant. War jetzt an dich, Dave? Ja. Genau. Dann müssten wir gleich, laut meiner schlechten Mathematikkenntnisse, auf P2 einfach wieder rauskommen. Weil P3, also aktuell P3... Hat 84 Sekunden verloren. Ja. Sehr gut. Wir haben einen langen Stop gehabt. Das heißt, wir machen jetzt keinen Reifenwechsel. Doch. Gleich. Wie würde Calvin sagen, einfach abwarten, Digi. Ja. Also unabhängig von unserem Stop. Wir verlieren bei keinem der Stops eine Minute 20. Oder? Aber das ist ein Delta, was auf deine Rundenzeit gerechnet wird. Egal, wir werden es ja gleich sehen. Ja, einfach machen. Hauptwort, Digi. Wobei, wir haben ja eine Minute eins Standzeit. Das könnte sogar sein, dass wir da hinten rauskommen. Ja. Hatten wir jetzt schon alte Reifen? Mhm. Wir haben jetzt schon alte Reifen. Okay, Entschuldigung. Das war mein Fehler gerade. Okay. Frische Reifen sind ausgewählt, Leute. Habt ihr die? Jupp. Okay, cool. Könnt ihr auch gleich mal dann sagen, wie meine alten Reifen aussahen von 100%? Werde ich dir gleich sagen. Okay. Jetzt nochmal schön so einen Ehrendreher, damit es nochmal spannend wird. Nee, Spaß. Ein bisschen zu früh. Erst Checkered Flag. Donuts macht der René nachher. Genau. Eigentlich müssen wir ein bisschen extra... Ja, haben wir, glaube ich, oder? Ja, extra Fuel ein bisschen, damit der René schön Donuts drehen kann. Okay. 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 So, we'll box the slap. Nnennennennennen! Oh, der Frühstücker ist, glaube ich, wieder da. Reifen sind aktuell bei 54 auf dem schlechtesten Schlappen. Okay. Du hast nur 18 verbraucht, obwohl die schon lange gebraucht waren. Zum Vergleich, Calvin hat die neuen um 28 weggeballert. Alter, Calvin. Ja. Der kennt ja nichts. Guten Morgen. Da ist er wieder. Ja, guten Morgen. Wir haben schon noch Mittag. Hi. Ja, es war eine gute Stulle. So, Tank ist voll. Jawohl. Hast du in der InLab auf jeden Fall Zeit gut gemacht nach vorne. Wieso wird vorne rechts keiner dran gemacht oder was? Ah, nee, okay, sorry. Ich bin dumm. Wird gerade was zur Hölle. Ganz entspannt. Okay, wann muss ich los? Werd ich runtergelassen, wenn die Optionen noch laufen? Ja. Okay, also ein Min. oder eins. Ja. Der Fahrer, der im Ferrari sitzt, ist nicht schnell. Also Platz zwei? Ja. Oh, Kampf der Marcells. Ich dachte, es sei es fast Marcel von der Linde, aber... Ja, habe ich gestern das Stream gesehen. Der ist weder Marcel noch van der Linde. Also, okay, ja gut, vom Namen her, aber sonst egal. Ich glaube, ich komme noch vor dem LP2, LP1, oder? So, der ist vorne. Bei mir wurde vorhin noch ein schöner Clip erstellt. Calvin van der Studio. Das sind 6,3 Sekunden. Alter, ist es jetzt seltsam. Das Auto ist so schwer und hat so viel Grip. Ist ein richtiges Boot geworden. Passt trotzdem auf, du hast auch noch kalte Reifen erst mal. So, erste Runde wird nicht so super schnell, aber du hast bereits jetzt wieder ein paar Zehntel aufgeholt zu dem anderen Nossel. Zu dem Fake-Massel. Es gibt tatsächlich Marcel-Kiefer-Zweigen. Jeder fragt mich immer, ob das mein zweiter Account ist. Ist das? Nein. Nein, ist es nicht. Fake-Massel. Moin, Moin, Andi. Sieht sehr gut aus. Potenzial zu P2 ist gegeben. Genau, der zweite Account ist Marcel-Kiefer-3. LMP-1 kommt. Jo. Sie haben nur ein Carpenter, der Name sagt mir auch was. Alter, der Grip in der H0-Kurve mit frischen Reifen. Das ist echt die Kurve, wo man am meisten spürt. Und in den Porsche-Kurven. Sonst rasten die Hinterräder so aus, ne? Ja, ja. Ist abartig. Du hast schon eine gute Sekunde aufgeholt in dieser Runde. Weiter so. Vor allem zu P1 wirst du aufholen. Hoffen wir's. Und XD-Gamer, vielen Dank für den gifted Sub. Merci, mein Lieber. Genau, die Hinterräder rasten aus. Was glaub ich, wo wir an dem Ende stehen? Keine Ahnung. P1. Und P1 war in der letzten Start-Zielüberfahrt 1 Minute 46 entfernt. Weniger als 5 Sekunden. Ich guck mal, ob meine These überhaupt stimmt, dass der... ...Fake-Marcel... Langsam sein soll. Langsam sein soll. 28. Okay. 28. Okay. Okay. Gott, wir sind ja wirklich nur noch drei Sekunden von denen entfernt. Hey, dickes Kanonrohr. 3.300 Leute am Start. Moin. Die neuen Schlappen sind gut. Oh ja. Und Raudi subbt in den zweiten Monat rein. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Auf geht's, schreibt er. Der eins ist jetzt wieder über zwei Minuten weg. Ja, aber wir haben frische Reifen. Und Marcel hat im letzten Stint auf alten Reifen wenig Zeit verloren. Vielleicht passiert jetzt das Gegenteilige, dass er nämlich viel Zeit gewinnt. Also das doppelt Gegenteilige. Obwohl Martin Stadtmann fährt. Ja, noch 1700 Zuschauer bis zu violetten Haaren. Ja, falls das jemand motiviert, wenn wir 5K-Viewer knacken im Peak, dann gibt's violette Haare. Und Blanc, vielen Dank für den Sub in den zweiten Monat rein. Merci. Ja, drei Stunden 20 gibt's noch zu fahren, das ist mega crazy. Sein Lab Prediction ist der 356.8. All right. Tut mir bitte den Gefallen und so Sachen, die ihn nervös machen könnten, schreibt sie nicht in die Kommentare. Nicht, dass ich nicht glaube, dass er es handeln könnte, aber trotz allem, irgendwo ist das, glaube ich, immer so eine Ablenkung. Ich meine, das ist ja eh jetzt die heiße Phase, es geht ja immer weiter aufs Finale zu. Drei Sekunden trennen uns von P2, das ist alles schon krass. Und vielen Dank Z-Chiny für den Gifted Sub. Und vielen Dank auch Woodruff himself für den Prime-Stat. Guten Tag, ihr Lieben. Du bist von den Kanälen, die ich folge, wenn wir Platz 1 mit den Zuschauern zahlen. Ja, eins der wahrscheinlich zwei oder drei Male, wo das so ist. 5,16, das habe ich verpasst. Was genau ist mit 5,16 passiert? Achso, die Rundenzeit. Äh, Boxenstopp mit Reifenwechsel. Kaguya, vielen Dank für den Prime-Stop. Wir haben wieder einen Hype-Train ablaufen. Was geht ab, Alter? Das ist, glaube ich, das Erste, mal, dass ich in einem Livestream zwei Hype-Trains sind, äh, ja, allgemein kriege. Und wir haben 13,37 Sub-Punkte, ey. Lead. Nairage, vielen Dank für den Prime-Sub. Samg subbt rein, MrGreen subbt rein, Dario Moin subbt mit Prime rein, Miko subbt mit Prime rein. Und Skev Gravoo giftet nochmal 5 Subs raus, Alter. Vielen Dank, vielen Dank, Leute. Pelle haut auch nochmal einen Sub raus. Vielen Dank. Vielen Dank, Leute, ey. Alter, das ist doch unglaublich hier. Ramses haut 300 Bits raus. Zed Shiny auch nochmal 300 Bits. Was geht? Scarface subbt mit Prime rein. Hooked Cascade haut 100 Bits raus. Aurora Sunrise subbt mit Prime rein. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Leute, ey. Und währenddessen ist Marcel direkt dran an Marcel. Und Zed Shiny nochmal mit 200 Bits. Und dann Katsu Kicker giftet drei Subs rein. Chester, heute glaube ich, äh, doch VIP geworden, oder? Haut hier auch nochmal fünf Subs raus. viel, vielen Dank auch dir, Chester. Was geht? Vielen Dank, Leute, ey. Vielen, vielen Dank. Der Marcel hat schon direkt zwei Zehntel gut gemacht zum Führenden. Coffee NPC haut 300 Bits raus. Als kleines Dankeschön für gegiftete Subs heute Nacht von deinem, von einem deiner Subs. Als kleines Dankeschön für das gegiftete Sub heute Nacht von einem deiner Subs. Ich bin grad nicht in der Lage, das hundertprozentig ganz zu verstehen. Moment. So, Marcel dran an Marcel, Leute. Richtig nice, sauber. Das was? B2, B2. Moment. Alter. GG, Mann. Das war kaum zu überbieten, ey. Boah, ich muss pushen, ey. Damit ich schnell vom Windschotten wegkomme. Dann kann ich ordentlich saveen. Kriegst du hin. Du hast noch zwei kurvenreiche Sektoren. Alter, vielen, oh Gott, vielen Dank. Driver's Club haut 100 Bits raus. Der Frager haut 100 Bits raus. Scorpion sub rein. Josh haut 100 Bits raus. Tox Race haut fünf gegiftete Subs raus. Ey, Leute, vielen, vielen Dank. Chivo sub rein. Burns sub mit Prime rein. Gamer Twoli. Da haben wir's. Sub rein. Fliesenklaus sub rein. Dr. Wayne. Ich küsse da an der Netzhaut. Du bist ja geil. So weiter so. Sub rein mit Prime. Und Deacons sub ebenfalls mit Prime rein. Und Flickmatic haut 300 Bits raus. Ey, Leute. Vielen, vielen Dank, Mann. Alter, was geht? Alter. Okay. Target. Halt, Position 1. Hast du weiterhin auf P1 aufgeholt. Sauber. Und Tobizen, vielen Dank für... Jetzt muss ich echt mal ordentlich fuel saven. Tobizen für den Prime sub. Vielen, vielen Dank. Und Saskanei haut einen gegifteten Sub raus. Merci. Vielen, vielen Dank. Fuel musste nur 0,25 Liter aktuell tanken. Also sparen. Okay. Und Flickmatic sub jetzt auch noch rein. Alter. Vielen Dank, Leute. Was ist hier los? Wie weit ist der erste von mir weg? Was ist hier los? Zwei Minuten zwölf im Moment. Aber die haben asynchrone Reifenwechsel. Müssen die auch noch mehr stoppen als wir? Ne, aber die haben einen Reifennachteil. 30 Sekunden gewinnen wir durch Reifen. Und Borutais. Vielen Dank, mein Lieber. Für die fünf gifted Subs. Der Bast haut 500 Bits raus. Was geht, Leute? Flickmatic haut 500 Bits raus. Äh, Kiwi haut 100 Bits raus. Blonk haut zwei gifted Subs raus. Schwobo Power haut Prime Sub raus. Z-Shine haut 100 Bits raus. Und Zuriss giftet auch nochmal zwei Subs. Der Frager haut 100 Bits raus. Alter. What? Vielen Dank, Leute, ey. Borutais haut nochmal den gifted Subs raus. Alter. Flickmatic haut nochmal 500 Bits raus. Und vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank auch dir nochmal, Flickmatic. Holoman haut nochmal einen Sub raus. Haut nochmal einen Prime Sub raus. Ramp2. Ramp2. Z-Shiney 300 und 200 Bits. Und Flickmatic haut nochmal fünf gifted Subs raus. Und Ava haut auch nochmal 1400 Bits raus. Alter. Vielen Dank auch dir, Ava. und Spezi 66 Subt haut nochmal rein. Und wir sind bei Stufe fünf, Alter. King Alex haut nochmal mit 200 Bits. Wie? Was? Warum? Und MGR haut auch nochmal 500 Bits raus, ey. Niespa auch nochmal mit 200 Bits. Hunzel Strunzel Subt mit Prime rein. Bobby Subt mit Prime rein. Nicaras Subt mit Prime rein. Shiny haut nochmal 200 Bits raus. Hawks Subt rein. Und Ava haut nochmal 100 Bits raus. So, damit ganz viel Glück für P1 da ist. Mit dem Shamrock. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. SKLPP Subt ebenfalls rein mit Prime. Arerodon ebenfalls mit Prime rein. Arias mit 300 Bits. Alter, was geht? Burutais Subt rein. Ramses Subt rein. Oh mein Gott, wie war die Schüsse. Heimer LMA haut 300 Bits. Leute. SMH. Malerfeeds Subt ebenfalls. Malerfeeds Subt ebenfalls rein. Erik haut 300 Bits raus. Sire Crystal. Im zweiten Monat. Mafi mit 100 Bits. MGR giftet einen Sub. Caro giftet vier Subs. Vielen, vielen Dank. und auch King Alex viel. Der haut auch nochmal 100 Bits raus. Dave macht weiter so. Können dich mal gerade über die Rundenzeiten von P1 ein bisschen informieren? Halbe Sekunde schneller. Warst du jetzt? Fast 55, also 54,9. Okay, 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 und das war alles mit Traffic okay, also jetzt soll es gut werden? Hinter dir. Also du hast in den letzten drei Runden jeweils Zeit gut gemacht, zwischen 0,2 und 0,6. Okay, jetzt kommen auch Sekunden dazu. Also nach hinten machst du jetzt, baust du jetzt einen guten Abstand auf. Awesome K haut auch nochmal einen Prime Sub raus. Aria 100 Bits. Shiny 500 Bits. Double F 200 Bits. Vendrago 200 Bits. Paul. Pauls. Pauls haut einen Sub raus. Vielen, vielen Dank. Ja, danke. Vielen Dank. Ja. Ich habe gerade die Frage gelesen, wofür die grüne 5,3 steht. Grün ist die Lizenz. Es gibt A, B, C Lizenz, D Lizenz und Rookie Lizenz. Und es gibt die Pro Lizenz, aber die ist egal. Je höher die Lizenz, also A ist die höchste nach Pro, desto mehr Cups kannst du fahren in iRacing. Ich wünsche mal können im Relative. Ah, nee, ist ja dumm. Das ist so eine. Also stellt euch vor wie so ein Rollenspielsystem, wo ihr im Level aufsteigen könnt. Und das sind die Erfahrungspunkte bis zum nächsten Levelaufstieg. Je höher die Zahl dahinter ist, desto höher seid, mehr Erfahrungspunkte habt ihr da. Ultraaktiv haut 5 Euro raus. Alter, Leute. Danke für die Unterhaltung in den letzten fast 24 Stunden. Life is better in Ray's suit. Geiler Nick da aber. Sub mit Prime rein. Chris der Flyer subbt ebenfalls mit Prime rein. Skarska hat gegiftet drei Subs. Ein Kilogramm Mett haut einen Sub raus. Snake Fighters haut auch nochmal 5 Subs raus. Subs raus. I'm the Hanges subbt auch nochmal mit Prime rein. Copy ebenfalls mit Prime. Und der Bust haut nochmal 500 Bits raus. Ja. Taubst du auch nochmal mit 100 Bits, Alter. Leute. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Leute. Alter, Martin nochmal mit 1000 Bits. Ben Draco nochmal mit 100 Bits. Leute. Was ist hier heute eigentlich los? Ich kriege keine vier Gedanken zusammen. Und Juggies Fluch. Haut nochmal einen Prime Sub raus. Und halber LMA nochmal 5 Gifted Subs. Alter. Seek and Destroy auch nochmal mit 4 Gifted Subs. Vielen Dank, Leute. Das waren jetzt 95 Subs. Und Marcel Matze macht direkt weiter. Subbt wieder. Subbt auch rein. Vielen Dank auch dir, Marcel Matze. Bitte was? 63,2 Fuel. Okay, danke. 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 Und MGR 83 Kaut auch nochmal 500 Bits raus. Alter. Und Shiny nochmal 300 Bits. Damit habe ich P2. Merci, Leute. This is steinhardt. Auch nochmal mit dem Prime Sub. Im zweiten Monat. Morten Xie Subbt auch nochmal den zweiten Monat. Mit Prime. Mein rechter Arm wird so trainiert sein, wie noch nie zuvor. Und er hat Training bekommen. Grashby Subbt auch nochmal rein mit Prime. Vielen Dank. Holst du dir den F40 von Alesi? Gut. Das könnte man machen. Und Mossi auch nochmal mit dem Prime Sub dabei. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch dir, Mossi. Genau, der gute alte Tennisarm. Jo, danke, Leute. Der erste, der meinen Namen richtig ausspricht. Crash me? Nice, Alter. Mega. In the top ten. Ja, genau. Und Basti, vielen, vielen Dank für den Restart in den zweiten Monat rein. Auf Tier 2 auch noch. Vielen, vielen Dank auch dir, Basti. Jetzt aufs sich langsam annähernde Finale vorbereiten. Wir haben noch ein Achtel des Rennens vor uns. Wir haben nicht wirklich 1.000... Wir haben nicht wirklich 1.420 Subs jetzt. Okay. 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 Ähm, springen wir zurück zu Marcel. Okay. Gab's Unfälle? Nur eine ganz leichte Kollision. Nichts, was uns beeinträchtigt hat. 56,9. Danke. Oh, Marcel fährt sehr, sehr spritfressend. Oder was? Wirklich? Dafür braucht er tatsächlich so viel Sprit. Und Ozenol. Vielen, vielen Dank auch dir für die 100 Bits. Ähm, noch ein bisschen mehr. Ähm, noch ein bisschen mehr. Unmorten g'si. Haut auch nochmal 300 Bits raus. Und Goldgeschoss schießt direkt hinterher mit 100 Bits. Und dann seht das AFK haut auch nochmal 100 Bits raus. Alter. Alle Leute, vielen Dank. So. Weiter geht's mal mit dem Rennengeschwing. Muss gleich auch nochmal bei Marcel in den Stream schauen, wie es mit seinem Sprit aussieht. Wie habt ihr den Ferrari bekommen? Durch sehr, sehr gute Pace. Von Calvin und Marcel. Letzte Runde 6,89. Also im Soll, ja. Aber da wurde gerade ein Wert vorgegeben, der nicht ganz passt mit dem, wo man eigentlich stehen sollte. Ich schau gleich nochmal. Und Vark haut nochmal 400 Bits raus. Alter. Vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank. Zwei Minuten zum ersten kriegt ihr noch hin. Ich hoffe's. Ich hoffe's mal. Ich schau jetzt mal, wie es mit dem Sprit bei ihm ausschaut. Ich schau jetzt mal, wie es mit dem Sprit bei ihm ausschaut. Ich schau jetzt mal, wie es mit dem Sprit bei ihm ausschaut. Damit sind wir auf jeden Fall safe drin mit 49.9 Spritverbrauch sieht gut aus Du hast in der vergangenen Runde 1,7 Sekunden gut gemacht Was ist denn gerade der Average? Ist er 6,9 hoch? Du hattest in der Runde zuvor 6,87, jetzt hast du 6,94 gehabt Gesamtdurchschnitt ist 6,96 Ok, 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 Dankeschön Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Okay, die Kollegen von FBP fahren gerade 3.55.0. Ich schätze, Marcel kann mit weniger Gewicht im Auto deutlich schneller. Er hat frische Reifen, insofern... Mal schauen. Woher weißt du das alles? Was genau? No. 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 Kann es sein, dass das eine Noto GP mit sehr viele Türen geöffnet hat? Ja, die Türen zu den anderen Noto GPs ansonsten bislang zumindest noch nicht. Viele Sachen passieren ziemlich unabhängig voneinander. Wieder eine gute Runde. 43 Liter Fuel. Ja, ich glaube, die letzten 3, 4, 5 Runden, die sind nochmal flott. Ein guter Platz, du kannst ja selbst mal testen, wie es ist, wenn du an das Auto wegwirfst. Kannst du dir selbst ja mal Gedanken darüber machen. Jo, Marcel, vielen Dank. Ja, hoffen wir mal, dass das noch drin ist. Marcel hat ja noch einen Stint. Und René hat auch nochmal zwei Stints. Drei Stunden sind es jetzt noch rund. Vielen Dank, BS Power Sports, für die 100 Bits. Klasse Unterhaltung, viele hilfreiche Infos, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch dir. Und auch vielen Dank, SG Warlord. Der haut auch nochmal 100 Bits raus. Vielen Dank. Und Philips hat auch nochmal einen Gifted Sub rausgehauen. Sorry. Kannst du mir gerade mal die Streckentemperatur durchgeben? Hätte ich fast übersehen. 30 Grad. Okay, okay. Hat mich schon gewundert, wie es schwieriger wird, auch mit besseren Reifen gut zu fahren. Hätte fast den Gifted Sub übersehen. Ja, ich finde solche Fragen, also nichts für ungut, gut hat er Place, aber ich finde solche Fragen dann recht unangemessen, weil das halt ein Szenario ist, über das man natürlich nicht nachdenken möchte und es eigentlich sehr klar ist, wie man sich dann fühlt. Da geht doch nicht drauf ein, Dave. Ja doch, manchmal kannst du halt Leuten einfach sagen, dass das Verhalten in der Öffentlichkeit unangemessen ist. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so, als hätte er irgendwie Leute beleidigt oder so. Insofern musst du das jetzt nicht komplett ignorieren oder sagen, Big Mac, wann den weg, aber du kannst ja Leute darauf hinweisen. Als Teammitglied, der es selber nicht in der Hand hat, aber gut. Und ja, was willst du denn da machen? Dann kann ich dir halt aus der Sicht sagen, passiert. Mehr gibt's nicht. Und vielen Dank auch nochmal, EskiWallout, haut auch nochmal 100 Bits raus. Vielen, vielen Dank. Müssen die mehr stoppen als wir? Nee, die müssen genau gleich viel stoppen. Aber ich glaube, die haben beim Reifen, ähm, bei dem, bei dem Reifen, bei dem Reifen einen Nachteil, weil die entweder einmal Triple Stint fahren müssen oder einmal für nur den letzten Stint quasi einen frischen Reifen auspacken. Der LMP1 überholt. Was für ein Honkel. Lass dich nicht stressen. Hinter dir ein LMP1 und ein LMP2. Der 1er kommt auf jeden Fall jetzt vorbei. Der 2er auch. Zum Glück kein 3er White. Vielen Dank, Badi, für die 300 Bits. Mehr ist die, mein Lieber. Und Michalski, vielen Dank auch dir für die 100 Bits. Keine Ahnung, was jetzt hier wieder abgeht. Keine Ahnung, es ist ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jo, bei der Schreckentaparatur stimmt's, ist es gar nicht so schlecht, dass er bei 37 Grad trainiert hat. Wobei das auch nochmal von 30 Grad weit noch auseinander liegt, aber, ja. Na gut, da hat er Place, ein, zwei Ausnahmen gibt's immer und, keine Ahnung, wenn du ne unangemessene Frage stellst, dann musst du auch irgendwo mit dem Feedback rechnen, ne? Sorry. Sandband, vielen Dank für den Sub. Merci. Du bist auch der Erste, der sich halt irgendwie über das Community-Verhalten beschwert, aber okay. Wie dem auch sei. Abhaken, Leute, und weiter auf Marcel konzentrieren, der hier gerade einen super Job macht. Zum einen den Fake-Marcel immer weiter nach hinten, ähm, zurück schiebt. Auf Distanz hält und zum anderen den Porsche vorne einholt. Siebenzehntel eben und jetzt gucken wir mal, wie viel es für den nächsten, für die nächste Runde ist. Hier, weil sind wir vom ersten weg. Zwei Minuten sieben, du hast siebenzehntel gut gemacht gerade. Wenn der jetzt ne niedrige 54 fährt, dann kann er wieder Zeit gut machen. Jo, vielen Dank auch Sandband, super Leistung, schreibt er. Und TA Averek, vielen Dank auch dir bei dem Prime-Sub. Moin, moin. Und auch Davidson haut 300 Bits nochmal raus. Merci auch an dich, Davidson. Ja, und ein Kilogramm Matt schreibt auch. Marcel macht einen super Job, ja. Ja, das ist auch jetzt hier, äh, nicht so easy zu handeln, natürlich. Die Temperaturen werden immer heißer, das Auto wird immer kritischer zu handeln. Das ist schwierig. Was war das realistische Ziel vor einem Rennen? Wären wir mit P2 zufrieden? Weiß man nicht. Womit wir zufrieden werden, wissen wir nicht. Ich glaube schon, dass wir mit P2 zufrieden sind. Kommt natürlich darauf an, wie eng es mit P1 wird. Wenn wir jetzt am Ende eine Sekunde hinter P1 landen, dann sind wir nicht so ganz zufrieden. Klar. Aber, ähm, P2 ist auf jeden Fall super stark. Definitiv. Okay, gut, der bleibt dahinter. Sehr schön. Aber was das Ziel im Vorhinein war, ich glaube, wir haben schon alle irgendwie gehofft, um den Sieg mitkämpfen zu können. Und letztendlich haben wir das grob mal gemacht. Was für Rundenzertenpferd, ähm, Platz 1? 55-0 warst wieder eine halbe Sekunde schneller als er. Okay. Zwei Sekunden zum Hintermann schneller gewesen. Okay. Zwei Sekunden zum Hintermann. Du kannst jetzt, was Sprit angeht, voll durchpushen. Copy. Und Davidson subbt jetzt auch rein. Vielen Dank, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt bei 31 Grad Celsius. Anfängerfreundliche Rennspiele. Forza Horizon 4. Ist auch eins der besten Spiele. Kannst du mit der Hand noch hochheben von lauter Dankesagung? Gucken wir mal. Mercedes-AMK. Ich brauche einen kurzen Power-Nive, Jungs. Ich bin zum Finale wieder da. Vielen Dank an Mercedes-AMK. Haut 100 Bits raus. Ich halte 10 Euro dagegen. Mit ein bisschen Motivation für René. Meine ganzen Mods haben einen aufgeladen zu rufen. Danke dir, mein Lieber. Und TMK subbt in den zweiten Monat rein. P1. Vielen Dank, mein Lieber. Ja, P1 wollen wir uns holen natürlich. Mal gucken. Ja, was die Stops angeht, sind wir... Wir stoppen immer in derselben Runde wie die Führenden. Ja. Ja. Wir stoppen immer in derselben Runde wie die Führenden. Wir stoppen immer in derselben Runde wie die Führenden. Und Carlos, vielen, vielen Dank für den Sub. Mehr ist sie, mein Lieber. Ja gut, Felix. Ab 7,3 gibt es keinen mehr Fuel verbrauchen. Du kannst nicht 7,45 Fuel verbrauchen. Und The Blonde One. Vielen, vielen Dank für deinen ganzen Support und GZ zum VIP-Status. Fährt er schon am Limit? Das weiß ich nicht, aber du kannst auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt voll pushen. Über 7,2 kommst du aber nicht wirklich hinaus. Jo, Hofbauer, gerne. Sehr, sehr gerne. Na ja, PW, auch sollten wir chillen, wenn wir zumindest versuchen können, die führenden Fahrzeuge möglichst unter Druck zu setzen. Siegen oder nicht siegen? Zestus, vielen Dank dir für den Prime-Sub. Merci, mein Lieber. Zestus, vielen Dank. Zestus, vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Und vielen Dank Zestus Subt ihr nicht mit Prime rein, sondern giftet auch direkt für die Subs Vielen, vielen Dank, mein Lieber Ja, und dann erneut willkommen Moin 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 Marcel, brauchst du mehr Updates zu den LMPs um dich herum, oder? Ach, nö, alles gut Sicher? Ja Ich hab's heute im Blick Okay, cool Ja, ansonsten bei hitzigen Sachen kann ich ja doch nochmal eingreifen So Nach dieser Runde noch eine und dann kommt der dritte Ach du Scheiße, ey Du machst das bis jetzt super Du bist konstant und holst kontinuierlich auf First Bombe Kann ich mehr verlangen Und Carlos, vielen, vielen Dank, haut 100 Bits raus 24 Stunden bis zum Schluss schaue ich dir zu Viel Glück noch im weiteren Verlauf Ja, bitte kannst du load on Oh, jawoll Ihr macht jetzt schon eine gute Arbeit Danke Merkel Vielen Dank Danke Merkel Genau Steven haut auch nochmal 5 Gifte Zapps raus Vielen, vielen Dank, mein Lieber Vielen Dank, Steven Vielen Dank, mein Lieber Nö Äh, sorry Ähm, nö, Manu Warum sollte ich mich fühlen, wie Jeff Dem gerade Shut up gesagt wurde Marcel meinte, nur er braucht keine Updates Ist ja nicht so, als ob ich ihn die ganze Zeit Zugetextet hätte und er gesagt hat Hör bitte damit auf 53er Zeiten Ja gut, die sind nicht so plötzlich Ob da Ist der entsprechende Fahrer drin Genau, Martin Stadtmann Er ist auch hier schon 53er Zeiten gefahren 52 auch einmal Mit 9ern hinten dran Ja, schon sehr schnell Ja, schon sehr schnell Nur Oh, oh, oh. Zeit ist super, Auto wird leichter, ne? Ja, definitiv. Zauber. 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 Sieht sehr gut aus. Helmi, danke für den T1's Up. Okay, wie sieht's denn aus? Sieht man schon die Lücke zum Vordermann oder sieht man sie erst am Ende der Runde? Warte, ich kann's dir vielleicht eher sagen. Eine Minute 35 vor dir. Okay. 1,36. Also hast du auch wieder ein bisschen was aufgeholt. 1,36. Rechts voll bei. Der andere wartet hinten. Ja, was macht ihr denn? Dann zieh doch vorbei, du Volllappen, Alter. Alter, ohne Witz. Guck mal, ich geh mal wieder in den Chase, kann man auch nicht mal... Wissen weiter. Kommt, ist links von dir. Ja, klar. Leute, vielen, vielen, vielen Dank für den Hypechain, aber ich bin jetzt echt aufs Fahren fokussiert, also ich werde nicht drauf eingehen, sorry. Trotzdem weiß ich es zu schätzen, vielen Dank. Crew Chief hast du Auber, oder? Nein. In-Games besser? Äh, auch nicht. Aber wobei, doch teilweise. Also das haben wir zumindest, wenn jemand neben mir ist und so. Ah, okay. Wenn du abgelöst, dann willst du, ich glaube, der René ist ja auch bald am Start. Nee, 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 ich bin hier, ich habe sonst eh nichts zu tun. Ich bleib hier bis zum Schluss. Ich habe vielleicht eine Idee, um es ganz einfach zu machen. Hallo Männer. Servus, René. So. Jetzt werde ich mal auf dem Hauptmonitor. Jetzt habe ich es da ein bisschen einfacher. Wie ist das Auto, Marcel? Alles in Ordnung? Jo, jo, alles fit. Sehr gut. Ich glaube, dir werden noch mal ein paar Optionals im Boxenstab angewandt, also alles super. Ja, die werden hier nur bei Reifenstops repariert. Vielleicht mal der nächste ist ja auch mit Reifen. Wie kommen die zustande? Kommen die durch die Schikane zustande, oder was? Ich weiß nicht. Ich hatte, wo ich schon eingestiegen bin, hatten wir 28, wo Köln das Auto übergeben hat. Aber jetzt ist es, glaube ich, knapp 20 oder irgendwie 18 oder sowas, ich weiß es gar nicht. Okay. Aber es ist nicht so schlimm, das Auto fährt sich gut. Super. Rundenzeiten sind nur brutals langsam. Ja, das ist die Temperatur jetzt, wir sind bei 32 Grad Strecke. Du bist immer noch schneller als der vor dir. Das wird jetzt mit jeder Runde langsamer werden. Hast du jetzt auch 5 Sekunden gerade aufgeholt, seit du wieder draußen bist. Echt? Ja. Trotz Verkehr, was ist denn los mit dem? Wer fährt denn da? Was ist denn das für eine Flasche? Das ist die Relative Box, ich habe die In-Game jetzt an. Das schwankt ein bisschen, aber du bist ungefähr 4 Sekunden, hast du glaube ich, aufgeholt. Okay, super. Zu dem, was kurzzeitig draußen stand. Nur wenn wir Glück haben, keine Ahnung. Achtung, der zieht innen rein. Du bist doch echt so ein Vollarsch, Alter. Das war der 6. Alter, du hast bestimmt nicht mal was zu gewinnen, oder? Nicht Fluch, wenn hier. Ja, nee, nee, komm. Das ist kein Fluch, das ist die Wahrheit. Volllappen. Mein Chat hatte ich eben gefeiert für Volllappen. Oh Mann, ey, das gibt's nicht. Das ist immer dieser Benjamin. Ja. Max, wenn ich Temperatur einstelle, ist das Streckentemperatur oder Asphalt-Temperatur? Oh. Bei Testing. Du, ich bin kein Air Racing, Mann, weiß ich leider echt nicht. Okay, das ist Air from Pitcher. Das ist Air, ja. Aber anscheinend kannst du es in der Beta-UI feindestieren. Hat von der Steam gemeint, also falls du die hast. So, man kann ja gerade sagen, warte. Was haben wir denn so an? Die Strecke ist 32 und Luft ist 27. Fast 27. Humidity? Was? Wie viel Wind? Luftfeuchtigkeit, sorry. 36 Prozent müsste es, glaube ich, sein. Du bringst mir bei mir so noch 13 Runden, also hast du noch genug Zeit, um dich aufzuwärmen. Ja. Ich werde mich auch machen, mach schon ein paar Yoga-Übungen. 1, 2, 3, 4. Alles klar. Bis gleich, Männer. Jo. Oh. 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 Ja. Fast weiterhin 2 Zehntel aufgeholt bis 1,34 zurück. Wir haben noch zwölf Runden. Ich will jetzt auch auf eine 1,20 fahren. Ja, wenn du das schaffst, dann stehen wir ja gut da. Die haben doch irgendwie Nachteile, so hat doch jemand gemeint, glaube ich. Äh, wir sind auf unterschiedlichen Reifen. Strategien, also müssen wir gucken eigentlich mal durchrechnen bis zum Schluss, wie es da ausgeht. Ähm, wobei wir eigentlich perfekt durchkommen mit den Reifen. Ja, definitiv. Und die müssten dann entweder den letzten Stint auf einen Dreierstint machen, bei den Temperaturen. Oder sie werden die 30 Sekunden in Kauf nehmen und halt neue Reifen holen müssen. Mhm. Also im Grunde genommen ist der Abstand, den du jetzt hast, der reale Abstand, den wir dann zum Schluss haben werden. Okay. Und ich glaube, die Temperaturen sind ja weiterhin am steigen. Wenn die sich dazu entschließen, doch keine Reifen ganz zum Schluss zu nehmen. Äh, ja. Viel Spaß. Ja. Und Trippels sind das schon heftig. Ja, das ist bei den Temperaturen jetzt auf jeden Fall. Da musst du dann echt, äh, viel sorglich mit umgehen und dann musst du richtig Zeit verlieren. Da kann der René voll reinhauen. Das wird definitiv schwierig, die noch reinzuholen. Schwierig wird's. Es ist Le Mans. Es kann alles passieren. Ja. Es kann bei denen auch ein Toyota passieren, Kappa. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist momentan eine große Lücke nach hinten, 22 Sekunden auf den nächsten LNP2. Das ist wahrscheinlich die erste in der neuen Runde. Erster Platz ist wieder eine 57.1 gefahren, also mit deiner Pace würdest du nochmal zwei Sekunden abholen. Scheiße, die ist ja locker, ey. Ich glaube langsam struggle ich zumindest in den Porsche-Kurfen mit den Reifen. Trotzdem sauber. Fast wieder komplett zwei Sekunden abgenommen. Das sind nur noch 90 Sekunden Abstand, die wir haben. Fuel update, bitte. Das war das letzte Runde 7,01. Fast verbraucht, also bist du gut im Lot. Okay, okay. Also kann ich so ungefähr halten? Du kannst genauso weiterfahren. Okay. Du kannst dann gegen Ende des Zins auch ein bisschen mehr pushen. Okay. Genau. Okay. Das war's für heute. Wie ist die Streckentemperatur? Streckentemperatur liegt bei 33 Grad. Streckentemperatur ist die Streckentemperatur. Ich verpenne dann nicht. Nö, nö. Nee, Powernap. So funktioniert das Ding, glaube ich. 15 Minuten schlafen und bam. Wieder wach. Und ich habe gesehen, Marcel nimmt den Kollegen zwei Sekunden fast pro Runde ab. Das ist Florian. Ja, auch Pace-Technisch ein bisschen schwächer, glaube ich. Das ist die Streckentemperatur. Du hast fast einen halben Liter an Extrasprit. Okay. Also kannst sogar minimal mehr pushen ab jetzt. Hast auch wieder zwei Sekunden komplett abgenommen. Die sind jetzt weniger als 90 Sekunden entfernt. Hinter dir ist immer noch eine 20, ja, 16 Sekunden Lücke. Wahrscheinlich dritte, gerade. Oder Richtung Indianapolis. Hast erst wieder Verkehr. Achtung, Richtung Indianapolis bewegt sich momentan ein zerstörter LMP. Kopie. Habläart von Report. Dann Marianne. Wie smellset witnessed. Temel für Sie der Tier given訓 eliminated. Wie sieht es. Wie sieht es, wie sehen Sieقي im curator. Wie sieht es gut aus? Wie wählt es auf? Wie sieht es gut aus? Eher énergie sprach. Wie sieht das aus? Woche wird es nicht поверхlen. Wie läuft? Ja. Und ich glaube, als ich weg war, hat BMK neu reingesuppt. Vielen Dank. Und Eagle hat auch nochmal 100 Bits rausgekommen. Tag, ihr Babsäck. Na, wie ich heute Nacht geschrieben habe. Sieht nach Podium aus. Holt euch P1. Merci. Jo. P1. Nicht so super wahrscheinlich, aber möglich. Dave sieht aus, als ob er fertig mit der Welt ist. Jo. Ähm, kann man so formulieren, ja. Mit der Traumwelt gerade. Und die ich sehr, sehr gerne kurz vor eingesteckt werde. Autohaus gefolgt. LMPP1 bereits mitbekommen? Nope. Anscheinend habe ich gerade gepennt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, soviel dazu, äh, warum wir den pushen. Und ob wir den LMP2, aber stört dich nicht. Wirklich glauben, Platz 1 nochmal zu holen. Tötte ich, wenn dann startzieht. Vielleicht wahrscheinlich holen. Sprittechnisch immer noch halben Liter vorne. Okay, gut, dann kann ich so weiter pushen. LMP ist hinten, sticht nicht rein. Könnt jetzt wahrscheinlich innen vorbeigehen. Oder, ne, bleibt draußen, bleibt draußen. Sauber, sauber. 2,7 Sekunden hast du abgenommen. Achtung, er geht innen vorbei. Okay. Das ist ne 54-2 gefahren, einfach nur total. Da ist ein Bump. Ich habe noch genau 7 Liter Fuel, ist das echt okay? Bist du mir ganz sicher? Da muss ich ein bisschen mehr saveen. Äh, 7 Runden noch Fuel jetzt gerade. Du bist auf der Tetra, äh, du bist auf der Mulsans straight und dir werden 7 Runden glatt angezeigt. Okay, okay. Du hast ein gutes Stück schon verbrannt. Ja, ich weiß, aber das Ding ist halt, ich habe Schiss, dass es vielleicht, wenn ich so weiter pushe, dass es echt nicht ausreichen sollte. Du hast 7,04 verbraucht, du bist immer noch unterm Durchschnitt. Der Durchschnitt liegt bei 7,07. Okay. Danke für den Dembeiß, Leute. Zack, ich warne dich schon. Wenn es zu viel wird. Copy, copy, copy. Wir sind nicht ganz live gewesen, vielen Dank für den Hinweis. Äh, ja, ich wollte sehen, was mit dem LMP1 los ist, deswegen waren wir jetzt wahrscheinlich ein Rundchen zurück. Im führenden Auto eines... Ich hoffe, dass die LMPs mir noch die Runde einholen, dann kann ich wieder pushen. Einer der... Der Traffic ruiniert so einfach, ey. Langsamere, langsameren Piloten. Ja, die werden ich wahrscheinlich jetzt beide auf der Raden zu Indianapolis holen. Oder zumindest einer. Problem ist, die sind, glaube ich, im Zweikampf. Nein, sind sie sogar nicht. Haben zwei Runden Abstand. Also wenn sie sich da durchqueren, dann sind sie die größten A-Löcher. Aber der eine geht vorbei, kommt von links. Zweite ist weit hinten, der wird dich wahrscheinlich nicht mehr holen. Ja, ich glaube es auch nicht. Ich gucke mich wahrscheinlich vor den Porsche-Kurven. Ja, nachher n'Arsch. Vorne ist ein überrunderter Ford GT. LMP ist weit genug entfernt. Gib dem Ford am besten gleich eine Lichthupe. Wisst ihr, was mit René ist? Da müsste er auch mal... LMP kommt von hinten, lass den dann erst vorbeiziehen, bevor du hier durchgehst. Oder so, perfekt. Bleib links, dann kann er in der Mitte durch. Fast, perfekt. Müsste eigentlich jetzt liften. Ich bin eh trainiert. Ja, lässt dich vorbei, perfekt. Kannst du irgendwie Tank schreiben oder so in seinem Team? Äh, ja, mach ich. Grüße gehen raus an die Johann. Diese Ehrenaktion. All right, okay. René hat gerade geübt und ist sonst... Ja, ich habe gerade nämlich Renés Stuhl gesehen, nur. So, und der guckt gerade Marcel zu bei mir. Den nächsten Mal fahren auf seinem Twitch. Habe ich das falsch gesehen? Nee, René guckt nur Marcel zu. Im Moment zumindest. Bist du nicht, was du nicht tun hast. Ja, ich bin noch... Ich bin noch... Bist du nicht. Bist du nicht. Ich habe dann... Ja, ich habe das nicht. Ja, ich habe es. Okay. Ich habe ja... gesagt, dass du... Wenn Marcel so weitermacht, übergibt er das Auto nicht, die gerade Maxi gesagt hat, mit 1,20 Restzeit, sondern mit 1,15 Restzeit, zumindest mit dieser Zeit, wenn man das zumindest mal als so halbwegs realistischen Mittelwert nimmt. Wenn allerdings noch mehr drin ist, dann könnte da, also 1,10 könnte da sogar auch noch rausspringen, ne? Hier hat sich nochmal hingelegt, okay, danke. Der ist pullern, okay, gut, man kriegt viele verschiedene Infos. Bereits bei dem... Oh, Samuel Carpenter? Okay, vielleicht hatten wir nur einen Drivershop, hab ich gerade gedacht, der führende LMP war das. Alter, hab ich jetzt gerade gesagt, da ist einer raus, das wär auch Chaos bei dem. Ja. Komm schon, ey. Boah. Ist auch so. Aber das muss Marcel jetzt nicht wissen. Ich glaube, das würde halt wirklich nur vom eigenen Rennen ablenken. Von hinten bahnen sich jetzt LMP2 und LMP1 an, aber hast bis zur Kurve kein Problem. Kleine Info, letzte Runde 7,02 verbraucht, immer noch super im grünen Bereich. Okay. Bin wieder da. Max, keine kleine Frage. Ja. Du kannst auch Spotting starten, obwohl ich spotte, oder? Ja, ich bin schon die ganze Zeit in Starts, äh, Spotting. Okay, cool, danke. Ähm, LMP1 kommt, bleib außen, dann kann er vorbei. Perfekt. LMP2 ist weit genug hin, der wird dich Richtung Porsche-Kurven holen. Ja, Mr. Wallace, danke für den Hinweis, aber hat nur für ein bisschen Verwirrung gesorgt. War sicher nicht gemeint, aber gut. Jo, vielen Dank, Schafim. Alter, ey. Okay, geht's außen an dir vorbei. Fünf Runden noch. Das ist jetzt erst noch mal wieder Luft. Das könnten die nächsten 2 bis 2,5 Sekunden sein für Marcel. Voilà, 3,56,8. Da kommt man deutlich drunter. Alles gut, lieber nachfragen. Naja. 6, 0,6 drüber. Kannst jetzt echt gut pushen. Hast wieder 2 Sekunden abgenommen. Nicht, wenn es die Leute irritiert. Also ich glaube, wenn du die noch so weiter fährst, hast 6,95 verbraucht. Noch eine so eine Runde. Und danach kannst du die letzten komplett voll durchpushen. Ja, Mr. Wallace auch mal. Egal. So, toi, toi, toi. Fünf Runden fährt Marcel noch, weil jemand gerade gefragt hatte, wann René ins Auto springt. Nach Runde 336. Temperatur ist mittlerweile bei 34 Grad. Okay. Nach Runde 336 geht dann René ins Auto. Habe ich durchgemacht, abgesehen von der Viertelstunde von eben. Wir haben sogar einen Stream vom Liederfahrzeug. Okay. Und dann wird's wahrscheinlich Richtung Indianer. abgelöst, dann holen. Da in Freifahrt. Ey, Gianni. Was geht, mein Lieber? Ich habe gelesen, dass euer Rennen leider ein bisschen, naja, Solar Lager endet ist. Tut mir echt leid. Ich hoffe, bei euch sind die LMPs noch gut unterwegs. Oder die, ja doch, die LMPs gut unterwegs. Und der Redline GTE. Ansonsten, ja, auch P2. Das ist schon mal ordentlich. Achtung, kommt ran. Na, sorry, sorry. Wusste ich wohin, weil ich wollte eigentlich nach außen ziehen, damit er die Innenbahn haben kann. Ja, ist der Lieder. Wir haben auch über eine Runde Abstand. Und wir wollen jetzt nochmal... Schreibt den mal. Druck machen, um hier nochmal... Ich gehe nach außen. ...die Führung zu holen. Und einen Fehler zu provozieren. Oh, er will außen gehen. Noll. Ich glaube, man, dieser Typ, der soll einfach eine Linie nehmen. Marcel muss nach dieser Runde noch vier weitere Runden fahren. Und der Marcel Vandenberg hinten, der verliert halt immer weiter Zeit. Das ist super. P2 ist damit fast schon safe. Sofern wir keine Fehler machen. Das sieht zumindest gut aus. Für den Moment. Das war immer hinzufügen, dass nicht zu jinxen. Oh, Mann. Okay, nur eine... Ach, schade. Nur ein bisschen... Ja. Das ist noch keine... Bis von Sprit dann mehr als genug. Hast drei Sekunden in der Runde aufgeholt. Sorry. Kein Ding. Du hast den Kopf nicht eng. Das war jetzt... So, der wird die jetzt in der nächsten Grad und kurz eben holen. Bleib einfach links. Eine Slowdown ist nicht gejinxt. Die Wiederholung lade ich auf YouTube hoch, ja. Da hast du einen Spritverbrauch auch noch deutlich drunter. Und auf Twitch, wenn man es nicht abwarten kann, dann kann man es auch gucken. Also, das grün ist Licht zum vollen Verbrennen. Du, Mr. Wallace, das nimmt halt einfach Zeit ein, die Max und Marcel für anderes nutzen können. Und wenn ich das eigentlich weiß und jetzt gerade nach ungefähr 27 Stunden wach sein, Wenn du mich in dem Moment verunsicherst, und ich da die Leute anhaue und Kapazitäten einnehme, die sie für anderes brauchen, dann ist es stören. Punkt. Hätte ich es gewusst, nach 27 Stunden kann man vieles vergessen, mein Lieber. Nach 27 Stunden funktioniert das menschliche Hirn auch nicht mehr eins zu eins perfekt. Okay, jetzt haben wir Fokus. Ja, die Slowdown bezieht sich auf die neue Runde, aber trotzdem. Ich nehme die 1,15 immer hinein. Die Runde war sehr stark und die Runde Wenn du weiter so fährst, würde trotzdem aufhören. Ich wollte einfach nur erklären, was das bedeutet. Ich bin ganz entspannt, keine Sorgen. Steigen sie. Du hast noch weitere vier Runden. Ohne die hier. Ich habe aber nur 3,8 Benzin übrig. Was iRacing dir anzeigt? Ah, ich bin zu blöd ey, ja, sorry. Ey, mach dir keinen Kopf. Du kannst doch nicht jetzt hier aufs Fahren, den Rest machen wir. War gerade ein richtiger... Moin. Richtiger Brainluck hier ey. Moin. Zero Braincel. Moin. Hi Dave. Zeig doch nur, dass du deine ganzen Gehirnzellen aufs Fahren verwendest. Wie war dein Powernap? Aufladend. Geht sie nicht schlechter danach? Mir geht es immer schlechter nach so einem Powernap. Wenn er 10 bis 15 Minuten geht, tatsächlich nicht. Okay, ich dachte jetzt, weil du die ganze Nacht durchgemacht hast. Das klingt alles bestens. Schön. Du kannst heute Abend wie ein Baby schlafen, schätze ich mal. Oh ja. Wie ein Dave Baby. Wie es so aussieht, wirst du in dieser Runde auch noch auf ihn aufholen. Das ist durch die Porsche-Kurven kein Verkehr. Oh shit. Baby Baby, genau. Ich bin jetzt bis zum Ende da. Und noch viel weiter. No no skill, ich glaube, das denken die meisten. Das waren das 24-Stunden-Rennen nicht so lange verfolgen am Ende. Das waren fast die ganze Zeit dabei. Du bist auf jeden Fall vom Sprit-Level echt mehr als gut dabei. Und ich habe es dir auch gesagt, hast du mir noch aufgeholt. Okay, ich muss flippen. Fuck ey. Ja, macht bei den drei Runden nichts mehr aus. René, du bist fit? Yo, ich bin fit. Na, das hört sich gut an. 333 Runden, nice. Ich bin mal gespannt, wen die gleich ins Auto setzen da vorne. Ja, ich hoffe ein langsamer. Das ist schon eigentlich der langsamste auf dem Auto. Wir haben noch ein, zwei Maschinen. Einer, der das Rennen startet hat, haben die noch. Und noch einen richtig schnellen. Laut Mod-Info ist es wohl der Martin. Ja, denke ich auch. Ja, mal gucken. Vielleicht haben wir auch Glück und die lassen den Florian drauf. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Aber wenn Martin draufkommt. Und dann haben wir erst recht eine Chance. Genau, kann immer was passieren. Und bei uns verdrehen ihr Rast. Was wollt ihr mehr? Ja, genau. Florian sagt, Martin wird ins Auto gesetzt. Wer sagt das? Florian. Ich habe nochmal gesprochen. Schade. Aber egal. Wir geben nicht auf. Alles im Besten. Wir haben von über drei Minuten den Abstand auf unter 1,20 jetzt reduziert. Oder über dreieinhalb Minuten. Das ist krass. Es ist von beiden Teams jetzt eigentlich Mörderrennen. Autos heile. Was will man mehr? Und der DDR LMP1 wartet. Dahinter kommt noch ein LMP1. Ich gucke, ob der dich noch holt. Ja, der wird dich noch holen. Bleib hier am besten jetzt innen. Der LMP2 wird dich nicht mehr kriegen. Helmut, falls du René meins, guck dir die Streams mal an. Ist auf jeden Fall sehr entspannt. Er hat die Nummer 27 wieder ein heiles Auto. Ich glaube, ganz heile kann man das nicht machen. Die haben schon ein, zwei Schäden, die irreparabel sind. Aber auch nicht so riesig ausufernde Schäden. Aber hier einfach auf der Innenseite, dann kann er vorbei. Also so ein bisschen hier an der Front. Auf der linken Seite. Ganz voll drauf bleiben. Passt. Ist clear. Oder warte ein bisschen. Ja, passt. Langsam dann, wenn du ihn schießt. Hier ein bisschen was. Aber ganz entscheidend... ...am Heck. Hier. Auch der Heckflügel. Und hier. Stark eingedrücktes Auto. Wie viel es genau an Unterschied macht, keine Ahnung. Aber wir holen seit etlichen Runden auf. Und auch im direkten Vergleich würde ich jetzt mal behaupten, ähm... Ja. Hat unser Auto gerade die etwas bessere Performance. Oder wie gut. Unabhängig vom Fall war. Zwei Runden. Hast 1,6 aufgeholt. Abstand ist 1 Minute 17. Zwei Runden noch von Marcel. Nach hinten der Abstand sollte ich nicht kümmern. Erst auf der Geraden. Ja, krass, wie er den Abstand hier immer und immer weiter runterfrisst. Okay, sind wir hier. Wie sieht es aus mit Benzin? Bis 0,8 drüber. Du kannst volles, äh, volles Rohr fahren. Brauchst nicht zu kosten. Sollen die kommende Runde darauf rein? Also die noch fertig fahren, dann noch eine. Ja, fährst die hier fertig, dann noch eine. Na, in der kommst du rein. Vermute ich mich. Bis gleich. Jo, viel Glück. Schaffst du. Krasse Aufholjagd. Scheiße, der Lampi bleibt hoffentlich hinter ihm. Ja, tut er. Oder? Nein! Ja. Ja, passt. Oh, nee. Honky, ponky. Der Laufs mit seinen Hicks. Dave, wie ist Strategie? Nochmal bitte? Wie ist unsere Strategie? Was möchtest du sehen? Gewinnen. Dave hat's verstanden. Das ist keine Strategie, das ist ein Ziel. Das ist keine Strategie, das ist ein Ziel. Wie ist die Strategie, dass wir an dieses Ziel kommen? Du fährst mit Vollgas. Also, das ist eigentlich jetzt relativ straight forward. Ähm, in Runde 336 gibt das Auto, äh, gibt Marcel das Auto ab. Ja. Wir können, also du kannst auch schauen, dass du ohne Fuelsaving fährst. Dann fährst du 13 Runden. Ja. Und es werden ja 362 oder 361 Runden sein. Je nachdem, wie viele es sein werden. 62 vermutlich. Dann sind wir bei Runde 349, müssen für zwölf Runden nachtanken. Mhm. Also, in Anführungszeichen Splash and Dash, halt eine Runde weniger Fuel. Ähm, ganz kurz. Wenn ich mir den Abstand nach hinten anschaue, wir haben über eine Minute zehn Grad Abstand. Bedeutet, wir könnten reinfahren, auftanken und wir würden keinen Platz verlieren. Bedeutet, du tankst das erste Mal voll, fährst volles Rohr runter, tankst das zweite Mal voll, fährst das volle Rohr runter. Wenn du zum Schluss auftanken musst, kein Problem, Platz zwei ist gesichert. Achso, du meinst, falls wir underfuelt sind, dann... Naja. Und du meinst, falls wir uns auf 361 Runden oder so einschießen und es werden doch 362... Okay, da steht jetzt wieder 361. Ja, können wir... Wenn es so bleibt, wie es gerade ist, haben wir immer noch mehr als genug Zeit, um reinzugehen. Was weiß ich, äh... 15 Liter, 15 Liter voll zu tanken und, äh, wieder rauszufahren. Ja, wir müssen mal gucken, wer da auf das Auto kommt, ne, weil... Die werden auch den schnellsten Fahrer wieder aufs Auto setzen. Ja, ja, ich meine nur, aus unserer Strategie aus können wir dann... Poppels sind, äh, volles Rohr halt einfach rausfahren. Ja. Nur die Abstände werden wahrscheinlich nicht so bleiben, wie sie jetzt sind, das mach ich damit. Ja, aber... Ja, mal abrotten. Das ist halt so, das Ding. Wir wollen einfach mal schauen, dass wir da möglichst nochmal rankommen und... Wenn es dann nicht geht, dann ist halt P2 immer noch saumäßig stark. Würde man behaupten, beide Teams haben ein extrem gutes Rennen abgeliefert und... Also, dann, äh, versuche ich zu pushen. Jo. Und wenn, wenn da mal ein Slow oder ein Cut kommt, dann... Ist es so? Ist so, halt. Okay. Alles klar. Guck ich mal. Dann rufen wir... Hat wieder 2,3 abgenommen. Dann rufen wir Herrn iRacing an und sagen, dass die das schon wegstreichen sollen. Nee. Kannst du die nicht clearen, die Black Flag? Gib mir mal grad Admin-Rest. Kann mal einer Nimm anrufen? Das wär schon geil, ey. Dave cleart hier die Penalties für uns. Hallo, als größter Twitch-Stream, Lul. Ja, Grosjean hat mittlerweile ein paar hundert mehr. Ah ja, die Franzacken interessiert euch gar nicht. Gro-was? Autsch. Ja, wobei, der hat jetzt gerade 800. Umpf. Autsch, Moment. Box is lab oder noch einer? Ich glaub, Box is lab. Nee, nee, Box is lab. Ja. Boah, Strecke schon wieder auf 34 Grad, ey. Das wird schon wieder lustig. Tatsache, wir sind der Größte. Oh Gott. Hehe. Wir müssen gleich mal gucken, wie die Reifen aussehen, ne? Schwarz. Danke. Schwarz und rund. Ich schau mir mal den Abrieb von Marcel im ersten Stint an. Also ganz ehrlich, wenn ich gerade so nachdenke, du fährst, sondern du hast ja dann theoretisch noch was. Sechs und. Also Marcel dürfte keine Probleme bekommen. Er hat 20% hinten links abgerieben. Und, ja, ich würde sagen, alles bis 50% geht voll klar. Wenn's bei dir vergleichbar ist, dann könnte's gut passen. Ganz kurz, selbst wenn wir 13er Runden fahren, wir haben zum Schluss dann immer noch über dem Target. Und momentan steht da 60,92. Als Rennendistanz. Also wir fahren 61 und wir können dann damit 362, also kommen auf 362 Runden raus. Ja. Ja, aber das ist das Gute. Der letzte Stint ist ja jetzt kein Stint, wo wir zwei volles 14 Runden fahren. Ja, wir können komplett 13 fahren. Sondern im Endeffekt hast du dann wahrscheinlich noch einen Ticken weniger Reifenabdick, weil weniger Distanz, René. Ja. Kapi, stimmt. Stimmt alles für den Boxenstopp schon? Ja. 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 Und vielen Dank, Eagle, haut zweimal 100 Bits raus. Uiuiui. Boah, nicht dein, nicht dein Ernst. Was ist los? Alter, dieser Gonzales ist echt der größte Vogel. Nein. Dive der? Tatsächlich. Der Dive, der wollte davor schon in der Linkskurve durch. Ich bin ein Idiot. Ganz entspannt. So, René, du machst das jetzt. Das Ding ist, zu verlieren haben wir nichts. Wir erwarten nicht den Sieg, aber wir erhoffen ihn uns. Insofern fühle ich dich nicht unter Druck gesetzt. Keiner erwartet den Sieg. Na dann. Machen wir das Beste draus. Guck mal hier, wir kommen in die Box und die fahren raus. Wir haben schon so viel aufgeholt. Guck mal, Entschuldigung. Gesundheit. Gesundheit. Oh, danke. Nee. Ja, Gruß an René, wenn er Fersengeld gibt, ist das egal, wer da vorne drin sitzt. Diese HPDs in LMPs haben echt alle kein Hirn. Das ist unglaublich. Das war echt der düppste von allen, die ich je gesehen habe. Ich drücke euch mega die Daumen. Aber nochmal, verdammt stark gefahren. P1. P1 geht jetzt in die Box. Das ist jetzt auf eine Minute zwölf runtergekürzt. Habe ich ein bisschen verblendet. Ohne Slowdown wäre es echt 1,10 gewesen, hat das recht. Ja. Das ist echt, also. Was will man mehr? P1 ist ein bisschen zu weit gefahren in der Box, zwei Meter. Die mussten nochmal zurückfahren. Ah, Pressure, Pressure. Siehste? Na brauchen wir nicht. Pit Limiter betrachten gleich, René. Ist an. Wenn der Monitor gelb ist, jawohl. Sehr gut. Wieder voll, René. Danke dir. Steezy, danke für die 10 Bits. Blackpatter, man, es gibt auch gute HPDs. Ihr wart sicher gut zu uns. So, René. Toi, toi, toi. Hallo. Ich seh gerade, ich bin bei dir ja gar nicht mal subscribed, Alter. Das muss ich ja gleich ändern. Gott, ey. Meine Bank denkt sich auch mittlerweile, was geht bei dem Jungen schief? Mehr als eine Minute in einer Stunde 30 aufholen. Joa. So ein klassisches Mercedes gegen Williams Szenario, ne? Okay, schauen wir uns die Reifen mal an. Max, du Ehrentyp, Alter. Na klar doch. Ich komme wieder zurück. Danke dir. Hm? 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 So, und jetzt natürlich auch wieder wenig Funken, möglichst wenig Funken, damit man sich auch gut konzentrieren kann auf den Stint. Wer soll oder will das Spotten übernehmen bei René? Max, würdest du das nochmal machen, oder? Ich habe kein Problem, nein, wieso? Ich bleibe bis zum Schluss hier. Okay, ja, ich auch, aber ich brauche erstmal eine Pause, ey. Ja, du hast es dir für die Ente. Dankeschön, Dankeschön. Okay, dann gucke ich, was ich an alternativen Infos reinhole. Oder hab du vielleicht lieber ein Auge bei ihm auf die LNPs, die von hinten kommen? Ich glaube, da bist du ein bisschen besser dabei. Copy. So lange ein bisschen noch bei den anderen mit. Ja, da mache ich Verkehr, du machst Fuel oder so? Ja, mache ich. Kann mir jemand eine Info geben, wer eingestiegen ist? Martin oder Florian? Martin. Ah! No, kein Streif, der wurde gerade aufgehalten. Wie groß ist die Lücke gerade, durch das wir nochmal zurückfahren mussten? Er ist jetzt bei 1,40. Okay, aber haben wir auch keinen Reifen gewechselt. Ja. Also René, der hat doppelt alte Reifen, oder? Ah, nee, warte. Der hat jetzt alte Reifen. Die werden... Und wir haben Frische, die müssen zum Schluss nochmal den letzten Sport auf Frischen fahren. Oder sie fahren machen es nicht, aber dann wird es echt... Ja, viel Spaß. Das war's. Ja. Das war's. Okay. Das war's. Untertitelung. BR 2018 Da kommt ein LMP-1. Sauber. Und weiter hinten wieder ein LMP-1. Super, zwölf Sekunden bis zum nächsten LMP-1. Copy. Und wieder ein LMP-1. Der LMP-1 zieht gleich auf der Geraden entspannt vorbei. Und wieder ein LMP-1. Vier. 1,36. Die anderen müssen nochmal Reifen wechseln. Bedeutet also, 24 Sekunden verlieren die etwa noch? Ähm... Jo, Black Padamon, haben wir gesehen. Moment, seid ihr nicht HP-Ds? Oder seid ihr LMPs? Ach, ihr seid LMPs. Ach, das stimmt, Peakline Motorsports wart ihr. Ja, nice, GG. FBP haben schon Schiss vor Renés Zeiten. Das ist super. Gibt es aber trotzdem an der Stelle normalerweise nicht durch. Ich lasse mal nicht FBPs, äh... Angst sprechen, sondern Renés Zeiten sprechen. Der HP-D kommt erst nach dem Porsche-Kurven. Copy. Danke. So viel zu, du musst dich nicht jedes Mal bedanken. Wie kam es zur LeMond-Idee vor euch, ähm... Sogar relativ spontan, sag ich mal... Im Rahmen dieses ganzen Anbundelns... Bei Calvin, René und mir... Hieß es dann irgendwann so... Ja, lass es mal ein Endurance-Rennen fahren. Und irgendwann hab ich mir gedacht, hey... Könnten das ja mal zu einer tatsächlichen Idee dann umfunktionieren. Ehe man so eine Stabsidee halt mal hat... Und dann sagt so... Ja, wir wollten doch mal irgendwann... Ah ja, komm, ein andern mal, ein andern mal, ein andern mal. Und deswegen haben wir es angepackt und, äh... Ja. Das meiste... Muss man halt eben machen wollen und dann geht das auch. Temperatur ist mittlerweile auch bei 35 Grad. Copy. Und du hast 2,2 Sekunden aufgeholt, super. LMP-2 geht jetzt außenrum vorbei. Und 23 Sekunden lang frei hinten. Danke. Schlechteste Reifen von P1 ist 81%. Das ist gar nicht so schwach. Äh, ich bin... Ich bin... Bisschen... Hardcore irritiert von... Mit 356. Ich hatte eigentlich gedacht... Was die hier eigentlich mit einer noch viel stärkeren Zeit direkt ansetzen. Ich will dem nichts verschreien. Natürlich jetzt, Nervositätslevel steigt ins, äh, unermessliche wahrscheinlich. Ähm... Aber... Mal schauen. René ist, glaube ich, sehr gut darin, zur Situation unter Druck zu meistern. Und wie es bei FPP Racing aussieht, werden wir sehen. Letztlicher Schaden ja doch größer. Ich glaube, dann hätte es sich aber bei, ähm... Dem Florian bereits bekannt gemacht. Ich... Halte es für unwahrscheinlich zumindest, dass die beiden Paces sich dann so angleichen. Ich glaube eher, dass, ähm... Vielleicht der Michael jetzt entweder aufgehalten wurde. Vielleicht war es allgemein mal ein bisschen unge... Äh... Unangenehmer Verkehr, sodass halt... Er... Jemanden durchlassen musste an Stellen, wo es halt viel Zeit kostet oder so. Ähm... Eingewöhnung. Kann natürlich alles sein. Mal schauen. Jo, Daniel. Ja. Rückt sie dazu, war. Ähm... Ja. Böhm, mach ich sofort. Und vielen Dank, Morcado von Brevis. Für den ganzen Support. Und GZ zum VIP-Status. Wahrscheinlich fragen sich viele auf, ähm... YouTube, was der VIP-Status bedeutet. Ist einfach auf Twitch ein Rang, den man verteilen kann, wenn jemand... Ist aber hauptsächlich sehr viel mit dem Stream dabei ist. Deswegen bedanke ich mich dafür, den Support, dass die Leute halt eben... Viel mit am Start sind und... Das zum einen zwar genießen, aber zum anderen ist halt natürlich dadurch auch Supporten. Ich denke, das sollte da selbstverständlich sein, dass man sich da auch mal bedankt dafür, dass... Ja. Leute einen ertragen. Hast du geschlafen, Dave? 15 Minuten. Gerade eben. Einschlafen ging super schnell und ich habe wirklich vier Wecker gestellt und der erste hat mich direkt schon wachgekitzelt. Wachgekitzelt. Ah, massig, ja. Und genau das ist es auch jetzt. 55,8. Er steigt direkt wieder mit einer deutlich besseren Runde in die zweite Runde ein. Da sind wir jetzt bei... René wahrscheinlich aber auch. Ah, nee, bei einer genau gleich schnellen Runde wie zuvor. 1,5 Sekunden wieder weggeknabbert. Ach, Gott. Und natürlich, das sind jetzt noch 22 Runden nach der aktuellen Kalkulation. Das ist nicht viel. Und die Zeit, die man gut machen muss, die ist enorm hoch. Über vier Sekunden. Okay. Aber das Ziel ist, den Gegner in den Fehler zu reinigen. Zweite Mal hochholen. 1,5 Sekunden. Passt. Jupp. Daniel, die Server waren überlastet. Deswegen haben sie nochmal einen zweiten Run um 16 Uhr gestartet. Deswegen hat sich alles um eine Stunde verschoben. Theoretisch ist man eine Minute, zwei in dem Nieder. Stimmt. Wobei, eine Minute, zwei? Kostet ein Reifenwechsel nicht 24 Sekunden. Ich muss nochmal nachhaken. Oder 28. Oder 30? Kleine Info. Der schlechteste Reifen von erstplatzierten war bei 81%. 81? Ja. Anboxenstopp. Okay. Das heißt, sie können eventuell sogar trippelsen fahren? Könnten sie versuchen. Ist ja die Frage, wenn sie durchfahren, verlieren sie wahrscheinlich weniger als die 30 Sekunden. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber es gibt uns umso mehr die Möglichkeit. Was hatten wir? Äh, warte. Wir sind jetzt auf frischen Reifen. Ja, danach? Immer nach dem Doppelstinn von Marcel? Äh, warte. Weißt du es völlig? Marcel war beim tiefsten bei 57 vorne und 56 hinten. Weil es auf der linken Seite, Innenseite. Und er ist immer noch Bombenzeiten gefahren. Okay. Wahnsinn. Wie kriegen die es hin? Unglaublich. 30% mehr. Ah ne, das war dann nach dem ersten Sinn, da hast du gesagt, ne? Genau. Ja, das war dann nach dem ersten. Ja, okay. Heißt, beim dritten Sinn wären sie wahrscheinlich bei 40 etwa. Naja. Ja, oder stream von FPB holen sie neue Reifen. Dem Braten trauen wir erstmal nicht. Vielleicht spielen sie auch Psychospielchen. Mal schauen. Locker 4 bis 5000 Signups. Ich habe über 3000 auf jeden Fall schon mal gehört. LMP1, zwei Sekunden hinter dir. Der wird zu den Porsche-Kurven vorbeiziehen. So, ich bleibe jetzt auch mal ein bisschen in der Sicht, weil jetzt auch eh ein paar Autos kommen. Der Maximilian... Ach, der ist von... Ist mir der Name entfallen. Black Patamons Team. Genau, wir kommen auch gleich. Digimon-Namen kann ich mir merken. Wir werden keine Reifen mehr wechseln. Vielleicht. Also wir haben auch auf jeden Fall einen Ast noch im Ärmel. Liebes FPB Team. Jetzt 7 Zehntel wieder aufgeholt. Boah, die Hinterachse wird brutal instabil gerade. Korrigieren schon. Wenn ich schraube das TC runter. Oder beziehungsweise... Hoch. Also, das ist aktiv. Mehr TC. Ja. Es müsste dann anstatt Warten und Fährst 6,6, oder? Ich habe es nicht verändert. Achso, warte, ich kann es selber hier gucken. Ist beides auf 6. Soll ich beides mal runter auf 5 stellen? Habe ich keine Erfahrung mit... Keine Ahnung, ich bin immer so gefahren, wie es da war. Auch kurze Info... 5 heißt quasi mehr TC-Aktivierung? Soweit ich weiß, ja. Lass es lieber. Ja, ich gehe mal in Garage, Chassis, Traktionskontrolle. Die Bremsbalance ist jetzt bei 57,3. Du hattest sie weiter hinten bevorzugt. Aber auch hinten, die fahren alle brutal langsame Zeit, wenn man so durchguckt. Vielleicht ist aber die Strecke, die jetzt wieder brutal langsam wird. Soweit ich weiß, bei vielen... Es wird die Woche über auch gesagt, dass tiefere Werte mehr TC sind. Okay. Magst du die Bremsbalance vielleicht ein bisschen weiter hinten haben? 57,3 ist es aktuell. Ach Gott, ich habe mich schon wieder gemutet, ey. Also wie gesagt, das ist dein Call. Wenn du es probieren willst, sag an, wenn nicht, lass. Ich bin so ein Genie. Einmal mit Profis, ey. Einmal mit Profis. Du bist einfach ein bisschen sanfter. Du hattest auch nie Bremsbalance weiter hinten bevorzugt. Die ist jetzt bei 57,3. Die vielleicht ein bisschen anpassen? Ne, ich bin eben nach vorne gegangen schon. Ähm. Einfach um die Hinterachse noch ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Okay. Einfach um die Hinterachse noch ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Und ich bin jetzt hier. Und ich bin jetzt hier. Wirели士, ich bin jetzt hier. Kommt ein LMP2. Kannst du ein bisschen mittiger anfahren? Hm. Unglaublich langsam war denn der LMP2 da, bitte. Da kommt jetzt auch ein LMP1. Die müssen sich wahrscheinlich beide bis auf die Geraden erstmal hinten dran halten. LMP1 geht innen vorbei. Mhm. 14 Sekunden bis zum nächsten Auto hinter dir. Copy. Die Anspannung wird schon so ein bisschen größer gerade, ne? Ja, René müsste utopisch viel Zeit aufholen. Das Ding ist nur... Wie gesagt, man kann auch den Gegner durchaus den Fehler treiben und das ist halt eben das, was wir jetzt versuchen. Und ich glaube... Das dürfte jetzt nochmal quasi nun so ein letzter... Hoffnungsschimmer sein, dass wir nochmal eventuell um den Sieg mitfahren, dass wir die Gegner unter Druck setzen, dass die irgendwas Unüberlegtes tun. Und das kann man halt super, super schnell tun, egal wie vorsichtig man fährt. Meine Schaden oder warum sieht das so langsam aus? Das ist die Perspektive. Öl lässt sich schwer sagen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er fast eine Minute in seinen Triple Stance zugefahren ist. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist auf jeden Fall richtig schnell gewesen. Es ist halt auch immer schwierig, das zu bewerten, weil... Wenn du jetzt gegen jemanden fährst, der tendenziell der Schnellste der Truppe ist, dann ist es schwieriger, der Zeit gut zu machen zu den anderen Fahrern, als wenn du gegen jemanden fährst, der schwächer ist. Solltest du eigentlich bis zu den Porsche-Kurven safe sein. Mhm. Denke auch. Muss hinter dir bleiben. Geht nach innen. Und ist vorbei. Ja, guck. Wieder 15 Sekunden Freiraum nach hinten. Copy. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen unnötig. Hat Zeit gekostet. Wahrscheinlich mindestens mal 3, 4 Zehntel. Nun. Warum nicht kurz warten? Das ist eine gute Frage. Stattdessen fährt er links von René aus und zieht komplett nochmal nach rechts rüber. Was sehr gefährlich ist für beide Fahrer. Aber manchmal muss man das halt nicht hinterfragen. Manchmal machen Menschen halt einfach Sachen, die nicht so super klug sind und ja... Weil die sehr riskant sind. Keine Ahnung. Aber ja, Hauptsache, es ist alles gut gegangen. Wir können weiterfahren. René braucht jetzt nicht auf Fuel zu achten. Dann wird er wahrscheinlich bei 349 Runden an die Box gehen. Und dann... ...können wir nochmal volltanken vermutlich und dann... ...können wir damit komplett durchfahren. Safe. Und es ist top, dass der andere LMP jetzt auch nach der Schikane direkt erst dran sein wird. Das ist super. René halt in der Schikane trotzdem ein paar Zehntelsekunden gut macht. Er wird vor der Haarnadel schon vorbeiziehen, denke ich. Oder auch nicht. Danke. Okay. 56.2 von dem anderen Kollegen. Wird eng mit dem LNP-1 hinter dir. Ich halte dich auf dem Laufenden. Bleibst vorne. Ich halte dich auf dem Laufenden. Wird wohl jetzt innen vorbeiziehen? Hoffen wir mal. Nee. Wir sind wieder aufgeholt. Ich war vom Sprintverbrauch so... Okay, er ist weg. Spinala. Nee, er holt jetzt wieder über eine Sekunde auf. Wir kommen nicht ran. Also, ich weiß nicht, ob du Slow Me in dem Fahrzeug... Also, ob du in dem Team bist von dem Fahrzeug. Weil dann würde ich sagen, ja. Oder ob du jetzt unser Auto hier meinst. Den schönen Geburtstagskuchen. Wir kommen ran. Eine Sekunde ist auch was. Sollte hoffentlich auf dieser zweiten Geraden jetzt vorbeiziehen. Und ist vorbei. Merci. 19 Sekunden bis zum nächsten. Temperatur hat sich auch leicht erhöht, sind schon bei 36 Grad. Ja, jo. Ich wäre auch mal gerne in der Nacht gefahren, so bei 18 Grad. Jetzt nur was sagen müssen. Ich schlafe gerne. Ich wäre auch gerne schla... Also, ich schlafe auch gerne. Das war unser größter Rückstand auf P1. Ich glaube, dreieinhalb Minuten etwa. Knab über dreieinhalb Minuten war es schon mal. Wir haben über zwei Minuten uns rangekämpft. Aber René kann das schaffen. Ja. Wie gesagt, aus eigener Kraft wird es schwer. Aber... Who knows? Zum Motorsport gehört auch eben viel Psychologie dazu. Oh, die Jungs machen jetzt auch recht viel. Richtig, wie eigentlich die ganze Zeit schon. 552 fahren sie jetzt wieder. Also, wie jetzt so richtig schon geschrieben wird. In einer Stunde kann sehr, sehr viel passieren. Boah, Leute. Diese Slowdowns, ey. Ja. Ach, John Dinkel. Der legendäre Biobauer ist wieder da. Und Sinan. Sorry, dass ich dich voll verpasst hatte gerade. Subt in den zweiten Monat rein. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Merci. Für den Sub. Boah, LMP2 überrundet dich jetzt. Mhm. Und wir haben 36 Grad Streckentemperatur. Copy. Ich finde es überraschend, dass die Streckentemperatur so schnell ansteigt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass, wenn wir schon bei 37 starten und das der absolute Maximalwert ist, dass wir zumindest nicht eine Stunde vorher schon bei 36 sind, sondern dass es vielleicht so ein bisschen langsamer noch geht. Okay. Okay. Wir sehen die Fuel Numbers aus. Das ist egal. Denny kann jetzt durchpushen im letzten Stint. In den letzten zwei Stints. Das fällt halt sich eben schnell auf. Ja. Meine Hoffnung war, dass es nicht so schnell ist. Das ist nicht so schnell, dass es nicht so schnell ist. Das ist nicht so schnell. 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 Und wir haben einen langsamen GTE vor der Nase. Ah, 3.55.5 Jetzt fahren die auch noch konstant gute Runden. Ja, wegen der Slowdown werden da manchmal keine Runden angezeigt, weil sie nicht gültig sind quasi. Ist ein bisschen ärgerlich, weil man trotzdem, gut, bei Cups kannst es halt erahnen. Ja. Aber zum Beispiel das ist jetzt bei René wieder eine 3.55.5 war auch. Aber wenn man halt kein Geld für Cups ausgibt, dann würde man vielleicht trotzdem wissen wollen, wo die Zeit liegt. Kann man ja irgendwie rot anstreichen oder so. Bin mir in 5 Minuten aufgabt. Jo. Jo. Mal schauen. Hinten erst erstmal lange nix. Copy. Warten wir bitte Kontakt. Uh, ne, amber Das war's. Kannst auch gerne Lichthuche geben Mhm, hab schon Danke, Nils, merci Ein LMP schießt vorbei Mhm Und ein zweiter wird auch gleich vorbeischießen Aber hier noch nicht Und der zweite LMP kommt Mhm Wieder da Mhm Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber ich glaube der ferrari hinter uns ist auch am pushen der hat auch jetzt zwei runden keine runden zeit mehr drin ist aber langsamer okay die runden zeit kommt noch ob die wird sich nur noch update oder wenn es lose oder einen kontakt hat dann siehst du es bei mir zumindest oben in den caps nicht 2,2 sekunden in der runde zuvor verloren 3 57 0 wer das war bestimmte slow irgendwo so noch zwei runden nach in einer runde nach der hier macht ihr sprit ins auto oder soll ich machen machen wie stehst du zu den reifen oder sondern auf die prozente schauen ja es fühlt sich noch gut an ich bin noch nie ein doppel gefahren mit einem sitz mit einem satz aber guck mal wir gucken wir mal auf die prozent und entscheiden wir spontan und wo die über hinterachse schon sehr lucy gucci habe ich gerade gemerkt im high speed die vorsprung haben wir denn eine minute auf den p3 1 10 macht aber auch kein fehler da vorne ne der kollege und vielen dank zu zeit bei die sport vielen dank brisa und die anderen jungs für den rate mehr als die leute ich schätze mal ihr seid gerade euer rennen zu ende gefahren die war die weiß ich ob wir das risiko eingehen sollen weißer früheren start dabei jetzt mit gebrauchten reifen weiter zu fahren weil gewinnen tun wir nur wenn die in fehler machen und wir können nur wegschmeißen den zweiten platz dem das auto halt brutal instabil ist auf interachse wenn du dich wenn du sagst lieber p2 secure und dann machen wir das habe ich dagegen dadurch die pace oder eher nicht mehr ja wir sind die zu stark ich würde dann fast lieber dazu tendieren das ding nach hause zu fahren mit einem sicheren auto ja mach jo gz freezer p5 ist nice aber wir können auch auf den gebrauchten durchfahren also wir können es probieren wie ihr möchtet du fährst und stint du entscheidest darüber was sagt der chat was sagt dein chat dave mein chat sagt wahrscheinlich nicht auf chat entscheidung hören seit gpo 7 okay das ist also viele leute sind für neue reifen aber einige sind auch irgendwie dafür durch durchzufahren ich würde halt schlicht und ergreifend sagen wir haben super geiles event gehabt die da vorne sind auch super gefahren und wir holen uns frische reifen und fahren das safe zu ende also jetzt noch auf den fehler von den vorne zu hoffen klar können wir machen aber wie wahrscheinlich ist es dass den fehler machen wo sie sagen wir mal eine minute 40 verlieren aber nicht ein zwei minuten 10 ja genau so entweder ganz oder gar nicht bei dem fehler richtig ich glaube dadurch die drei sekunden die wir jetzt verlieren die helfen uns im endeffekt ja für den sieg nicht viel weiter wie du sagst wenn das ding kaputt ist vorne dann ist sie kaputt aber ich glaube die 30 kunden sollten wir lieber als puffer einbauen genau und der blackout vielen vielen dank für den twitch prime sub jetzt sie mal lieber jetzt glaube ich auch die richtige entscheidung damit 37 grad strecke und wir sind bei 38 grad aber auch single sinds gefahren und die strecke wird tendenziell wärmer zur box box auto hinter uns ist auch an der box gewesen das heißt sie haben auch box stop bereinigt über eine minute rückstand genau du hast auch eine bessere pace auf frischen reifen das heißt es noch nicht ähnlich 30 sekunden korrekte info von neo richtig so letzter boxen stop ihr lieben ihr macht alles oder schon gemacht remove driver nein und lucky vielen vielen dank für den sub auf geht's ins finale leibniz keks beste leben so als wenigstens noch mal die schnellste rennrunde jagen na klar 49 split übergreifend so mit der nacht ins kindern dave es tut mir leid ich drehe mal meinen nein alles gut das gefällt mir nicht es tut mir leid ich es tut mir leid ich du bist du bist du bist was hatten die reifen an prozent 78 wäre zum ende hin unangenehm geworden lmp2 geht auch nach außen zwölf runden noch ja muss ja immer schauen ich glaube allzu viel druck können aus unserer position nicht ausüben neue reifen sind schon was feines muss ich sagen rüchtig fährt sich schon schöner reifen aber leider nur zwei runden da kommt der p2 gibt es am ende noch eine analyse zum rennen naja nee ich glaube das würde auch alles viel zu weit noch gehen ich habe die schnellste runde vielleicht mal schauen ob calvin die hat auf jeden fall briezer falls du noch mal da bist gzp5 starkes ergebnis ich glaube der wird seine haare nicht eng werden er dürfte dich auf jeden fall kriegen hier der andere definitiv nicht ok war doch nicht eng ist ja auch nicht der philipp dabei damit es eng wird ich habe mich bei denen gemutet für den wortwitz dave wird seine haare nicht violett färben bestimmt da fehlen noch 16 ungefähr für das erführende jana ja klar warum gehst du dich noch mehr risiko holzkopf junge 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 muss ja vorstellen dass das führender wahnsinn einmal mit profis das ist der p3 auf dem auto das kann man sehen der kann nicht fahren irgendwer entschuldigt sich bei mir aber wofür ich finde die aufteilung bei den lmp autos super spannend da sind halt meist ein zwei leute die ja ungefähr unser rating haben und ansonsten sind da leute die deutlich niedrigeres rating haben hätten wir vielleicht auch sogar mitmischen können um den sieg er bringt doch nur den zweiten platz nach hause oder geplant ist definitiv nicht zu weit zu gehen aber der porsche von kommt noch oder ja der muss noch mal in die box richtig der war gerade an der box aber das noch nicht ganz verrechnet ok moritz denk bloß nicht daran auto hinter uns hat vier minuten rückstand zum führenden zu uns nicht zu uns sind es immer noch rund an 1 20 beziehungsweise da die führenden an die box gehen ist es auch zu den führenden wieder nur rund drei minuten so die dendor denn dort die zeit kommt auch nur zustande weil er in die box gegangen ist mit der einfahrt kostet das ein bisschen zeit und da ist auch deren 5 18 und da ist voll gedankt ich finde spannend dass so viele also bewährt es nicht ich finde es nur spannend dass es so viele verwirrungen wegen der abstände gibt weil das ja eigentlich natürlich ist wenn jemand da die box geht dass da die abstände sich erst mal komplett verändern also ihr werdet sehen für die leute die sich gerade wundern warum wir von eins auf drei minuten sind es kann ganz schnell wieder runter gehen beziehungsweise von 1 30 blackpatter one nee danke darüber denke ich dich beim scherz nach dass was ihr mit dem leader anstellen könntet nee die haben gutes rennen abgeliefert stand jetzt da möchte ich ja auch nichts jinxen die haben gutes rennen abgeliefert bislang und das sei denen vollkommen gegönnt dass die hier das rennen auch gewinnen natürlich schenken wir ihnen den sieg nicht wir werden weiter darum feiten die haben auch reifen genommen für uns ja haben sie dann wäre der abstand jetzt ungefähr auf eine minute ohne reifen wird nicht viel geändert hat der ferrari hinter uns ein fahrerwechsel gemacht oder fährt immer noch der gleiche haben noch einen fahrerwechsel ja fahrerwechsel fahrerwechsel? ja copy ist ein etwas schnellerer dude 33 minuten noch fahrerwechsel hm ah nice und auch wieder wach ja moin renne fährt voll durch oder? ja boah der leader das hatte renne gerade gemeint uff ja aber das ist auch natürlich jetzt der perfekte beweis ähm beim endurance rennen geht es halt also du kannst bei endurance rennen zum beispiel halt schlechte vergleichbarkeit nehmen ähm also schlechte daten nehmen und sagen ob jetzt fahrer oder fahrzeug x y der und der ist besser nur weil jetzt sagen wir mal keine ahnung renne schlechtere durchschnittszeiten hatte mal angenommen wenn er schlechtere durchschnittszeiten hatte als ich bin ja auch nachts mal gefahren oder als maxi oder als julian oder wie auch immer wer auch immer da äh der bessere fahrer ist ähm es ist halt schwierig das ganze zu vergleichen weil bei renne sind es halt jetzt wieder 37 grad es wird hoffentlich noch nicht noch heißer aber es sind halt sehr sehr schwer zu vergleichende bedingungen immer wieder und genauso ist es auch bei fahrzeugen äh ich habe auch gehört dass zum beispiel bei in berthurst sehr schwierig ist die fahrzeuge zu balancen auch im rahmen eines zwölfstunden renns weil je nach allgemeinem äh nach allgemeiner wetterlage und nachdem je nachdem wie das klima da gerade so ist natürlich unterschiedliche autos unterschiedlich stark sind das fängt bereits bei sowas an wie heckmotor also oftmals porsche ist super sobald es anfängt zu regnen wenn du aus gas gehst gewicht auf dem heck bam das auto klebt wie eine 1 auf der straße und genauso kann es auch sein dass ein auto eben im regen nicht nur im regen irgendwie besser oder schlechter funktioniert sondern auch bei kühlen oder warmen temperaturen gibt ja auch in der formel 1 dieses gesamte spiel ne dass man auch sagt hey team x oder team y kriegt die reifen nicht ins richtige arbeitsfenster manche kommen vielleicht drüber manche kommen drunter super schwierig und am ende brauchst du eben das richtige fenster also diesen kleinen sweet spot musst du wahrscheinlich dann einfach erwischen damit du ja gut operieren kannst mercedes in spielberg zum beispiel jo oder wahrscheinlich haas auf so ziemlich jeder anderen strecke oder eigentlich sitzt auf so ziemlich jeder strecke außer melbourne und ja das ist halt echt heftig und am ende landet mercedes im fenster oftmals ja williams ja gut also mich wundert es da bei denen die autos keine fenster haben aber ja ja mercedes motor höhe in mexiko das ist allerdings nicht dass der mercedes motor in höhe schlechter funktioniert in höheren regionen sondern dass ich glaube turbo motoren mit das turbo motoren bei ja dünnerer luft macht der porsche da vor uns für spiel ränzchen allgemein nicht so effektiv sind was bedeutet dass der motor im allgemeinen also nicht der mercedes motor sondern motoren im allgemeinen eine geringere rolle spielen in sachen gesamt performance und dass andere faktoren eben wichtiger sind äh das kann man sich auch zum beispiel bei den ganzen hill climb fahrzeugen anschauen wenn ihr euch mal für die leute die gran turismo gespielt haben guckt euch mal den escudo pikes peak an von suzuki das ding hat riesen flügel überall oder das fahrzeug womit sebastian löp da gefahren ist riesen flügel überall und ähm der grund dafür ist natürlich dass du weil du so ne ähm so einen geringen luftdruck hast dass du halt wenig abtrieb erzeugen kannst und deswegen probierst du richtig viel karosserie dran zu schrauben die abtrieb produziert damit du irgendwie trotzdem halbwegs abtrieb bekommst und äh das ist halt dann eine super super spannende geschichte wo man dann auch sagen kann also kuro äh vielleicht jetzt nicht im spezifischen der mercedes motor und versus ferrari oder honda oder renault motor aber wo man sagen kann hey vielleicht hat sich der eine hersteller auf chassi konzentriert der andere auf aerodynamik und der andere oder high downforce und kann das sehr sehr gut und der andere auf den motor und so weiter und so fort und da gewinnen die die zum beispiel high downforce haben oder bei denen das chassi sehr gut funktioniert das kann man auf jeden fall dann sagen jo und tony fcb vielen dank für den sub le mans ist auf jeden fall auch so ne strecke wenn man jetzt zum beispiel mal sich die pure setups anschaut es gab auch ein high downforce setup für den ferrari und ein low downforce setup für den ferrari wir haben überlegt ob wir den ferrari nehmen ich war auf anhieb mit dem deutlich schneller als mit dem porsche oder dem ford allerdings habe ich dann nochmal zurück gewechselt und war mit dem porsche nochmal deutlich schneller weil der ferrari in dem porsche kommen das bisschen zu sehr rumgeschlingert ist in summe kann ich sagen in summe kann man aber sagen selbst bei sowas wie le mans gibt es aber zwei verschiedene spezifikationen die halt funktionieren können high downforce und low downforce obwohl das eine strecke ist mit vielen vielen geraden wir haben die gesamte mulsanne strait die durch zwei schikanen aufgebrochen wird quasi die gesamte fahrt runter zu indien ist noch jemand da oder was tut ja alle nö ich bin noch da alle da, alle da, alles klar ich hab doch gesagt, drei bis zum plus guten morgen, hast du gepennt? nein, aber ich lieg grad so halb in meinem stuhl ja, ich mein, ich bin seit zwei morgens wach ich bin tot wissen alle, nach nem energy drink bist du halt komplett so bist kurz gepusht, aber danach fällt's nur ein Loch ja das geheimnis ist, nicht aufzuhören, energy drinks zu trinken also, kein bock, dass ich meine Nieren komplett auseinandernehme ich hab schon drei stücke gesoffen hier ach so, okay, ja gut ich, ja auch drei dann sollte ich noch eine Fanta okay und dann besteht das nur, ich, ohne was gemeint zu sagen ich glaube, ich hab ein bisschen weniger Masse weiß ich nicht, also noch weniger, also ich kann's nicht haben wie groß bist du? 180 185 was wiegst du? weniger als ich da schweigt er ne, was wiegst du, wie viel? ein ähm, äh, 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 mich jetzt ja 71 okay und du, René? falls du das sagen möchtest ähm, äh, auch so aha äh, j NXT das ist nur 5 cm kleiner ja bei mir ist es auch so in der region super ma daumen ein paar zahlen muss man drehen und wenden aber sonst passt es bei dir auch wenn man dich mit glaube ich was war es januar vergleicht machte die df so danke ja ich hab extra für rcn und co noch allgemein mir gedacht jetzt muss abgenommen werden das der kommentar bei mir halb so schwer wie ich noch nee da ging es jetzt in drei monaten von 110 auf 100 seitdem stagniert das so ein bisschen aber ja habe jetzt auch vermehrt wieder sport gemacht da ändert sich ja hauptsächlich die körpermasse dann und bin dann wieder jetzt auf dem guten weg denke ich mal dass ich da weitere schritte ansetzen ich höre sexy masse und ich glaube es nicht ein stingray ist da scheiße man ich habe ich gehofft dass der durch pennt jetzt auch lustig gefunden er ist der schreibt da noch in seinem stream rein ist um 16 uhr wieder da ich schreib um zwei minuten vor 16 uhr der pirat pennt safe alter ich muss mal ich muss mal gerade ein ganz dickes shoutout an mein team yellow immer raushauen die im dte in ihrem split eben den ersten platz geholt haben oh nice gratuliere an dein team mit merlin unter anderem dem schwitzer den kennen wir ja herzlichen herzlichen glückwunsch 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 in welchem splitt könnt ihr mir das gerade kurz beantworten wenn es hier wird das ist ein bisschen leise deswegen schwer für mich zu verstehen das war doch das ich sag's dir gleich das waren die ersten rennen die stattgefunden haben ja genau und 29 splits da waren glaube ich jetzt rollen die rein die schreiben top split aber höchstens von hinten vielen dank mgr für 200 bits mehr als die mein lieber aber waren da nicht 29 splits oder ja das passt schon und bei uns irgendwie zehn stück ja bei uns waren es zehn wenn wir jetzt sind blitz zwei von zehn oder so sind können wir richtig prallen vielleicht hat man sonst gar keine lmps gehabt weil wir hatten ja richtig viele lmps gefühlt wir hatten 16 lmps 2017 lmps 1 21 gts schon krass der fast eine drittel aufteilung jeweils der durchs in die gewonnen dieses jahr oder korrekt guck dir mal komm mal zu er du hast in die gewonnen hier kannst du auch im podest ankommen geiles jahr für dich mein weg zur triple crown beim virtual gp immerhin charlie claire überholt in monaco naja ist ja auch sowas wie ein sieg in monaco finde ich definitiv dave größer alonso genau der hätte das in split pound 20 in ed 500 nicht geschafft damit die wäre wahrscheinlich der motor hochgegangen das war ein geiles rennen das ihnen jetzt weiß ich noch mit dem boxen stop kurz vor schluss wo du gestoppt hast und die anderen alle nicht und wir haben alle gesagt nein nicht stoppen ja ich wollte gerade sagen du hast auch deine zweifel gehabt an dem boxen stoppen genau weil ich ich wusste nicht dass du die überrundeten wieder überholen darfst das ist ja so eine besondere regel danach und sonst wäre es von der track position natürlich nicht ideal gewesen wenn du dir den überrundeten rausgekommen wärst aber da die sich zurückrunden durften ja war es für dich natürlich gar kein problem jawohl ich komm triple bevor unser definitiv gut jeder hat in der f1 karriere irgendwann mal monaco gewonnen man muss die rennen ja nur irgendwo mal gewonnen haben ich habe tatsächlich über monaco gewonnen mit dem echten auto ich habe so einen pokal hier von vom prinzen in welcher serie im supercup ja welches jahr bitte ich bin gefahren von 2008 bis 12 glaube ich vier oder fünf mal mein erstes jahr war im regen das war nicht so cool super cup regen monaco was willst du mehr das ist noch argel einmal glaube ich in führung liegend in der ersten kurve eingeschlagen geradeaus weil die serverlenkung ausgefallen ist aber ich habe ich aber erst gemerkt dass ich eingelenkt habe das war das war ein chassis aber das komplette auto hinüber da hat der vordere linke reifen ins monocoque oder ins chassis gedrückt aber daran merkt man dass renne aus dem realen motorsport kommt sim racer hätte nicht gesagt die servolenkung ist ausgefallen sondern dass fast feedback war zu reingesteckt was man war es 2000 das war 2019 ja hier frankreich landon norris was hier auch bei ihm ausgefallen ist weiß ich gar nicht mehr er ist glaube ich auch die letzten zehn runden oder so eine servolenkung gefahren auch danach gesagt dass seine arme waren kaputt war das ja auch mal so dass er vom sechsten gang nicht mehr unterschalten konnte in brasilien und dass er trotzdem seinen heimgp gewonnen hat das war krass kenne ich die bilder davon wie er seine arme nicht mehr hochkriegt wo er den pokal nicht mehr hochheben kann der schumacher war doch mal im fünften lang ist das oder aus spanien nicht ich weiß nicht da war das sogar spaß was du hast die beiden den selben fall erwarten schumacher hat viel krasses gemacht er ist auch einfach mal mit drei reifen in belgien gefahren in der box kurzzeitig bis er dann david kult hat an kragen gegangen ist dagegen ist der witz von verstoppen gegen okon ja nichts was daten gegen okon brasilien 218 mit dem zogen das war ja ich habe schon ein bisschen geknuddelt mir nicht das beste ist war der eine marschall der der schon bei der waage dabei war wo er fettel irgendwie kaputt gemacht hat also nein das ist so richtig an seinem gesicht das doch bitte lasst das ja ich will das ja noch dabei davon ist gerade kritisch dass sie das zwar irgendwie problematisch als kommunizieren aber nichtsdestotrotz das als pr sache nutzen so einigen trailern danach hast du halt gesehen wie die beiden sich da halt an den kragen gehen und wo ich mir denke so ja gut schwierig jetzt am besten danach irgendwie hier in den raum eingeschlossen und einer stunde wieder auf machen mal sehen wer bewusstlos ist der brauche keine stunde für es soll ich sagen jeff lobt mich ich fahre echt wie ein gigant gerade wenn team events wenn du ja kutsch fahren hast jeff sagt nimmt dich immer noch max auch wenn du jetzt gerade fährst das ganze renn schon allein ich fahr ich fahre hier durch keine pause keine wiederhörer aber meine frage renee bei so einem jahr die drei cup auto dann kann man die bremse also in racing oder auch zum beispiel in race room ist es so es ist sehr sehr leichten lockt ab zu bekommen ab so sagen wir knapp über 80 prozent der bremskraft ja ist es in der realität auch so dass du bei ungefähr 80 prozent bremse runter drücken lockt abbekommen kannst bei diesen autos und falls ja warum machen die das nicht so dass du bei 100 prozent gerade so keinen lockt abbekommst nur die wichtigen fragen du meinst jetzt wahrscheinlich beim porsche cup oder weil gt3 haben abs gt3 autos haben ja das abs system genau bei dem porsche cup in einem sport ist so du betätigst die bremse zur hälfte und da blockieren schon die reifen okay praktikabel vielleicht anders umgefragt könnt ihr in realität den bremsdruck dann einstellen ich glaube nicht das hängt sehr viel zusammen mit den mit den zylindern also mit dem bremszylinder köpfen und nicht köpfen zylinder köpfen und groß die sind und ich glaube du kannst es gar nicht einstehenden bremsdruck richtig er ist quasi vorgegeben durch die homologation und sowas auch da kannst du eigentlich nichts dran drehen aber um auf die frage zurückgekommen beim cup auto hast du auch relativ easy und schnell lockt ab da musst du wirklich auch vorsichtig sein du kannst war wenn du aus hoher geschwindigkeit kommt kannst du relativ viel druck geben aber dann sobald du sag ich mal 50 prozent gebremst hast musst du wirklich auch schnell runter gehen von der bremse weil sonst blockiert ja auch alles vorne gerade im cup auto weil natürlich keine euro hast du an seinem auto vorsichtig mp2 hin und dann auch was macht er kollege alles gut aber was hat er getan wahrscheinlich war viel zu früh gebremst mama mir doch mal hier eben kurz code brown momente ist ja gar nicht vier fünf runden nach der noch vier jawohl 362 gesamtrunde das heißt du hast zwei dreizehner runden oder wir wollen kämen für die letzte runde einfach um mich zu nerven ja mach mal bitte ich muss auf toilette du fährst den ganzen stint nein der schläft bestimmt schon wieder er hat mir zumindest aufs köftespieß video geantwortet ich dachte schon er wird nie wieder mit uns reden klar doch dg dg oder er guckt gerade montana kann auch sein oh die fühle ich oi markus läuft bei ohr wie läuft es bei euch und mgr vielen vielen dank für zwei weitere gifte subs mein lieber danke dir man ach da kommen wir gleich eh wahrscheinlich zu heute einfach heute und gestern natürlich absolut verrückt gewesen gegenseit von gut und böse ich schaukel das ding irgendwie nach hause na also nicht dass ihr euch wundert mach's für die fans was schnelle rundenzeiten fahren solltet ihr noch ein paar äh 53er raushauen 53er minimum hallo ist der koffer noch ganz freunde also was passiert sitzt du auf dem klo oder wo bist du so am handy ich bin am ich bin am handy im auto wir wollen ja gerade am see kevin du musst noch mal einen stint fahren nicht mehr doch einen noch einen noch wir haben 10 sekunden rückstand ich mach mein auto an und fahr easy du mein sim ist schon verkauft ich hab keins mehr du machst jetzt asphalt 6 aufs handy und dann doch wir haben noch 10 minuten wir brauchen ein kurzes splash und dash wir haben noch 7 sekunden rückstand du kannst safe anderthalb sekunden pro runde aufholen zudem auf platz 1 oder was ja wir sind dran im windschatten doch du bist so eine rakete bist wahrscheinlich ja natürlich nein man zwei p2 p2 aber ok aber lass das ding doch ganz bitte weil unser anderer auto ist abgeflogen zwei stunden vor schluss wer ist gefahren ein kurbo von mir in der afrika p1 auto hat es abgeschlossen auf p1 ja happy birthday ich glaube ich habe keinen keinen rennen in den top 3 aus 4 geändert ich glaube ich habe keinen rennen in den top 3 aus 4 geändert ich war jedes mal letzter in jedem quali rennen ich habe eingeschlaft zwischen den heats also alles wie immer eigentlich so wie im echten leben auch ja ja genau da dachten sich die veranstalter auch einmal mit profis arbeiten hier ja klar bleibst du jetzt bei uns wir haben noch 8 minuten ja deswegen bin ich ja da digi für den zielauf copy das ist ja richtig was ich hätte gesagt also das ist zielauf zieleinlauf 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 und vielen dank elemento w.o.w. oder elemento wow für den prime surf was habt ihr am see gemacht? wir haben ein paar drinks mitgenommen aber es war geschlossen jetzt wollen wir wieder nach hause der see war geschlossen ja digi oh man das hat er nicht kommen sehen und nasi pavango vielen vielen dank ich will auch lachen ich will auch lachen vierten monat rein mit prime ach nix mein chat meint nur dass dass digi sie wahrscheinlich jetzt ein leben lang verfolgen wird ihn? hm? äh sein digi ja digi 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 markenzeichen aber das kommt von monto oder? nee oder wer hat das erfunden? monto sagt ja nicht digi monto sagt digger ja ah digger ey digger ehrenbruder kylo jetzt mal real talk naja pass mal auf aber schöne axeln äh Dave? Dave zeigt den axel? ne aber monto hat nen axel fetisch ja naja ok alles klar ach Leute Calvin schön wars es ist gemutet was macht der lmp1 was macht ihr hinter mir bitte? der lmp1 war zu tun ja warum? und jetzt dive da wahrscheinlich gleich für im letzten moment mit vier blockierenden räder dive da rein monto soll übrigens auch ein furz fetisch haben und ist immer auf geilo schieben ah hab ich mir grad gesagt ok bin's leider raus wegen einer ähnlichen thematik fand ich den mute button an meinem mikrofon heute sehr sehr hilfreich hey ich schieb das nur weiter hast du Verdauungsprobleme Dave? naja nicht nur heute redbull verleiht flügel oh god also sagen wir mal so den mute knopf hab ich nicht mehr gefunden das war mir dann auch egal in der nacht so jetzt wisst ihr alle bescheid oh god oh god ja deswegen hat der lmp1 uns in der nacht gebutet bitte 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 hallo ist ende vom rennen die letzten gehörnzeilen sind aufgebrocht niveau ist wieder ganz unten boah ey ich frage nicht nur Sonnenschein ok niveau anheben ich finde den äh tatsächlich den teamnamen einmal mit profis äh sehr sehr schön weil es nicht nur ein insider von äh Calvin und René ist sondern äh auch weil das so ein bisschen die teamkonstellation so ein bisschen er beschreibt ne ich meine Marcel ist in seinem also gut irgendwo ist jeder auf seinem gebiet ein profi aber Marcel als aus raffarischer sicht ist Marcel Profi René und Calvin und dann kommen drei andere Dullis noch dazu die sind einmal mit profis unterwegs na klar und wir waren heute also wir müssen eine abstimmung starten wer den besten skin hatte und wer der schnellste kuchen des tages war easy win p1 das sind safe wir dave kaum kommt wieder niveau wird dave unscharf alles klar der autofokus hat sich wieder gedacht was ist mit dem autofokus los hat keinen bock auf dich nur weil da die flagge hängt heißt es nicht dass du die anfokussieren musst jetzt sag mal so was haben wir jetzt noch ist das die letzte runde ne das für mich vielleicht ne 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 der leader es zählt der leader ok genau noch zwei vermutlich ne eigentlich nur zwei momentan sieht sogar noch 362 runden aus guck mal wo ist denn der erste ja also noch zwei die und dann noch einer also der allererste ist momentan auch in den Dunlop Schikanen wo ist die denn? zum anfang da steht ist ein dicker fetter Dunlop Ring ja ok so in 20 Sekunden abhöhlen Sprit sollte eigentlich dicke reichen selbst für 362 Runden ja ich glaube wir können bis morgen fahren mit dem Sprit ja wir haben also zu Beginn der Runde vier Runden und maximal sind noch drei Runden drin aber da können wir die Ehrenrunde ja noch drehen für die Fans öko Sprit hier oder was jetzt mal Spaß beiseite wäre Bock jetzt gleich nochmal in 24 Stunden direkt dran zu hängen eingefahren sind wir doch oder? also 24 Stunden schlafen wäre ich dabei ohja Dave wie hautest du noch die Augen auf Diggi? äh Streichhäuser ich hatte ein Powernap 15 Minuten reicht wer von euch hat durchgemacht? nur Dave oder? ja fast ich habe zwei Stunden geschlafen oh wo will der denn hin? aber Calvin ja alter hättest du nicht richtig Bock auf so einen geilen Köftespieß Rudi das Ding ist ja sieht saftig aus Diggi saftig schmachtig Alter wieviel LMPs wo findest du diese ganzen Videos Dave? Alter was du noch einmal findest ey das kennen mehrere Millionen Leute das ist nicht so selten aber ich kann dir ein paar Sachen zuschicken wenn du es gut findest Bumble geiler Clip das ist halt auch so geil was für eine was für eine Art von Liebe er zu essen hat ne so wie der sich das so bildlich vorstellt ja Bruder also ich vertraut Essen ist Essen ist auch das Highlight meines Leben Diggi ohne Essen wäre ich wirklich lost muss ich ehrlich sagen ne Weisheiten mit Calvin Calvin24 Profi Rennfahrer ohne Essen wäre ich lost ja Diggi so ist das Clip du bist aber ohne Essen lost ich habe keine Clips mehr da gibt es keine Clips mehr im Kanal im Kanal Diggi da ist nichts mehr Clips Diggis der Südafrikaner sagt uns Diggis ey ich glaube ich spinn ja ich muss aufhören ich muss aufhören deutsch zu reden das ist ja ich wäre da richtig ich wäre da eine richtige Asi ganz wichtig in Deutschland kein deutsch zu sprechen oder was da mögen nicht alle so vor ja ja was muss die Frauen denken man wenn die mich hören wie ich deutsch spreche die denken alle ich bin an Asi oder was die unter 20 jährigen stehen da drauf ja auch Jun ja aber das ich finde ganz ehrlich dein Akzent klingt echt ein bisschen nach einem holländischen Akzent auch ich bin ja auch ein Holländer der kann ja auch holländisch oder du verstehst ein bisschen holländisch oder ja klar ja wir haben vorhin schon die ganze Zeit über die ganzen Amtssprachen in Südafrika gesprochen und so ja wilde Diskussion ja Wann? Afrikans ja bei mir im Chat letzte Runde Jungs letzte Runde letzte Runde Profi go 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 push push hol den Koffer nach Haus Junge oh ein Feuerball Junge oh ein Feuerball Junge Junge jetzt rasten sie komplett aus hier Kaboom in der Porsche Kurve Afrikans stammt vom niederländischen ab ok krass ja deswegen hört er sich auch an wie einer Junge wo ist No Kids Turbo Musik und verhält dich auch so wie einer ich wurde vorhin schon dafür geflamed ich sag so ja ist ja aus Südafrika und dieses holländische kommt halt im Akzent voll durch ja und dann so äh Südafrikaner Holland hab ich was verpasst ich so jetzt mal in Geschichte aufgepasst ja Kolonialzeit und dann war es auf einmal still da hab ich auch keine Ahnung was du da erzählst scheint zu stimmen Dankeschön dankeschön einfach den Schein wahren René aber wenn du den Chat belerst musst du auch sagen Diggi du hast den Geschichtsunterricht nicht auch gefasst Diggi es gibt ein Haarzug über die Null Gute Nacht Gute Nacht alle lost heute ja mann für diesen Moment bin ich 27 Monate lang ein Zapf Alter jetzt sind noch mal 3.800 Leute auf der Finalrunde hier dabei ihr müsst 5.000 mal ihr müsst die 5.000 vollkriegen los 5.000 Viewer wir müssen noch singen für Calvin nochmal los alle mal hier ein paar Links zu Dave raushauen oh god rein da rein da ehren Dave ehren Dave ehren Dave rein in den Dave aber die Moment 4.000 kriegen wir immerhin noch mal voll aber die Wette war die Wette war nicht Haare abrasieren sondern Haare violett färben ne für die 5.000 ja komm bei 4.000 machst du es bei 4.000 Zuschauer rasiert der Dave seinen Bart komplett wie ein Baby Bart das ist das ist egal also das mache ich dir auch so ne 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 bei 4.000 ich habe ihn noch nie ohne ein Bart gesehen Dave hat er ein Bart? ja ja momentan ja klar hat er ein Bart so einen richtigen ich habe ihn noch nie ohne gesehen Diggi wie so ein Weihnachtsmann so lang ja genau wie ein Weihnachtsmann Alter hast du jetzt mal streamst die letzte 24 Stunden angeschaut man das Problem ist bei mir interpretiert man das halt nicht so als Weihnachtsmann Bart das ist halt so schwierig immer ey Dave du bist bei 4.000 ich sag's nur oh mein Gott warum groß Junge ey 5.000 wir brauchen 5.000 ich stoppe hier gleich ich stoppe hier gleich bei den bei den Aldi Diggi und Markus Steiner kann die an der Rasiere mitbringen Markus Steiner giftet hier erstmal 10 Subs rein alter vielen vielen Dank boah ja ok Bart machen wir ja genau Bart ist in 24 Stunden nachgewachsen ja wie gesagt guck mal da 4.100 es wächst los bei 5k äh Haare Violett bam ich habe eh Bock drauf so Freunde wir fahren durch die Porsche Kurven das letzte Mal mit einem Porsche genießt es oh oh Verkehr das letzte Mal grazie 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 genießt es oh oh Verkehr berühmte letzte Worte oh oh darf der ne er darf nicht ne ne Dave ohne Bart sieht aus wie 16 er war at this moment he knew he fucked up ja vielen Dank auch Mercedes danke für eure 100 Bits Männer ihr habt eine gg grazie ragazzi let's go boys super gemacht gg 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 in die Kommentare mit dem Podium gg 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 ja egal första h gg 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 Ah ne, TC hoch im Porsche gg gg meine freunde unser auto wurde ja auch mit dem simpsons donut verglichen direkt von anfang an die reifen kaputt aber macht sie nicht zu sehr kaputt wir wollen die vielleicht noch triples wir denken jedoch umweltlich jungs vielen dank hat spaß gemacht machen zu danken ein cooles rennen vielen dank an die mods und alle die erst so geil vorbereitet haben ja ja dabei waren beim nicht im kein skin mit dem geilen setup ehrenmods ehrenneisen wir müssen wir müssen es machen wir brauchen noch die viewer damit er sich die haare färben muss weniger quatschen mehr raiden dann können wir immer noch quatschen ich bin auch auf v3 ich bin nachher noch mal was wir sehen viel spaß wir haben es geschafft jungs wir haben es geschafft also ich schicke ich mal rüber zu 4200 wir kriegen es kommen renne du auch danke danke nochmal alles leute und wir hören sache wieder es war ein echt geiles event und danke an alle die permanent dabei waren 313 leute sind ready für den raid ok ich sende euch los ciao ciao danke nochmal oh gott so dave hier ist die nummer eins vielen dank für den raid alter schnell 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 er hat sich auf mute scheiße ja vielen dank für den raid Marcel oh gott ich habe die ausmaße dieser wette nicht ja vorhergesehen ehren ehren community komm schon ja ey hier trudelt gerade eh so unglaublich viel ein ey aber zuallererst möchte ich sagen ich bin super happy dass das alles geklappt hat ich ich bin unfassbar glücklich mit eigentlich allem wie das heute abgelaufen ist es war echt ein richtig richtig geiles event ähm so seit start einfach mega geil gewesen und ja alle war auch mega geil ihr habt allen super job abgeliefert ich glaube wir hatten alle so ein bisschen optimierungspotenzial bei uns allen aber das ist halt normal bei einem 24 stunden rennen da macht jeder mal ein zwei kleine fehler ich war mit meinem zweiten sind zum beispiel auch nicht so happy aber das machen wir alle und am ende des tages haben wir glaube ich eine riesen gaudi gehabt puh und auch ja und wir haben es überlebt und auch da nochmal einen dicken dank an die mods ähm ja an kevin floh äh bumble jespe und nyson auch ähm die da halt geile arbeit geliefert haben auch vielen dank nicht nur an alle die jetzt mitgemacht haben sondern auch zum beispiel an patrick holzmann der sich dann auch bereit erklärt hatte im notfall auch noch mal einzuspringen und ja mega geil und auch vor allem danke an rené und kelvin dass sie so ein paar internet du dies die chance geben äh dass sie mal sagen können ähm jetzt hat stingray mich auch schon gehostet oh god äh dass sie sagen können äh jo ich muss noch ein gewinnspiel machen sonst würde ich dich auch hosten komm mal du hast 1,5 das reicht für die 5k ja gib ihn kannst du gleich abmachen also alle da bleiben ne wir müssen gleich den dave also keiner haut hier ab keiner haut hier ab versteht ihr das keiner haut hier ab wir machen danach ein dave raid wir machen danach ein dave raid ich mache jetzt erst ein giveaway ähm das wird nix das wird nix warum wird das nix bei 4,1 das droppt und droppt und droppt ja komm jetzt mach das ne mach einfach wie du das geplant hattest ich hab ein gewinnspiel hier den leuten versprochen nach dem rennen äh fahr mal halt noch eins los ilms ist noch offen los schnell schnell zwölf stunden bathurst hinterher so zu dem abkühlen ich muss gleich ja noch zu nem anderen event oh god oh god oh god ach god ey jungs ganz wilde zeiten ich hab vorhin echt gedacht ich penne da auf der geraden immer ein ich war ich bin auch meine augen waren einfach so müde es hat einfach nichts nicht mal der powernap von zwei stunden hat was gebracht die 15 minuten powernap war super ja aber zwei stunden ist zu viel ja ich bin auch tot nachher aber immerhin lasst du was das ist gut so ich schau mal dass ich das replay mal ganz kurz saven kann festplatte voll wir lassen noch kurz haus rein r33 gleich sind wir soweit wir rollen gleich den dice oh jaja das wird so knapp bei dave scheiße noch steht bei mir 4249 im web ok wir rollen it und wen haben wir duo moddele bitte einmal bei mir melden oder bei den mods herzlichen glückwunsch wir sprechen darüber was du gewonnen hast wenn wir jetzt den dave geradet haben oh god nein und jetzt sind den dave raid bitte raid schnell 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 es klappt noch es klappt noch drei kurze gaming gaming hör mal wann habe ich denn mein nächstes subgift award vielen dank für alle die dabei waren vielen dank für den fettigen support und bis später wir hauen rein wir haben schon über tausende viewers die mitjoinen komm schon komm schon ich haue noch zweimal subs gibt es raus dann bin ich bei 5 gib ihm alle drüber alle drüber hier gibt es nichts mehr zu sehen hier gibt es nichts mehr zu sehen nein 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 das war der falsche das war der falsche nein warum macht ihr das oh mein god hast du wieder davegaming heute 73 geradet du bist du mit dadbots warum macht ihr das denn nicht hey meine profisarbeit oh mein god wenn du es dir abgedrückt haben hast du das schon gemacht gehabt oh leute hat es so gut gepasst oh god nein herzlichen glückwunsch für 5 follower davegaming ja kann man mal klatschen das haben wir doch schon mal gehabt das problem einmal mit profis sorry da sind wir wieder einmal mit profis sorry an dieser stelle aber es wäre eh eng geworden mit 3,6 plus 1000 wären wir bei 4 ne 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 wir sind jetzt wieder bei 4000 ist wieder hochgegangen ja 4,9 wir hätten es vielleicht scheiße also dave sehen wir es mal so es wäre 5000 geworden halt einfach ja genau rené mach mal ganz schnell bei dir im dings unhost und dann mach wieder host und dave vielleicht sind noch einige bei dir im dings und kommen nochmal rüber das ist der letzte versuch den wir haben oh god oh god oh god ganz schnell das muss wirklich schnell gehen bevor alle da rausklicken weil sie sehen das ist der falsche davegaming oh god moment warum tue ich das eigentlich aber dave dave steht dazu oder ach scheiße ey dave bei dir war ein dings twitch hat gerade geschrieben da gab es einen bug laut weiß max über 24 schon was kevin habt ihr schon den wings aufgehört zu raiden oh god hallo kevin bitte habt ihr den raid schon abgebrochen abgedrückt schon es geht nicht mehr ja wir können nichts mehr machen ja ich weiß die event results jetzt erstmal an ja Freunde der nacht einmal mit profis arbeiten da sind wir beim thema auto ist ganz geliebend aber alles andere lief daneben eieiei eiei also jeder hat so ungefähr 10 i rating dazu gewonnen war also für 24 stunden das finde ich schon angebracht hat sich gelohnt ich glaube ich habe sogar 10 verloren außer kevin der ist immer noch bei 4,91 nach safety rating jaja kevin ist der eine zige der es nicht geschafft hat oh god super ich komme jetzt vielleicht mal oh das ist schön dann komme ich vielleicht auch mal wieder in die a klasse ja komm rein was sollst du jetzt eigentlich eieiei dave warum hast du auch so eine 73 hinter deinem namen das wäre viel einfach wenn du einfach nur dave gaming heißen würdest dann würde mir nicht das zweimal gleiche fehler passieren wieso wieso war dein gewinnspiel rr33 und nicht rr was richtig rr33 war doch das gewinnspiel man muss in den chat tippen rr33 haben bestimmt einige nur rr geschrieben ne 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 das haben die drauf das haben die drauf im Gegensatz zu mir haben die das drauf einmal mit profis oh god oh god oh god ihr dullis das ist doch ein schönes ende dass es noch so ein flop kam ja total super also laut twitch hatte dave trotzdem 5000 auch wenn er es nicht glaubt geh ich einfach mal so auf gentleman agreement weise davon aus dass der dave morgen bin garer violett violett ja gut ist auch noch ist auch schön das schimmert dann im mondscheinlicht 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 das mondscheinlicht ach ja ja fast monds alter ist viel zu spät also viel zu früh aber viel zu spät was das ist beides gleichzeitig einfach zero brain cell gerade so ich hab 10 rating gewonnen dass ich mal wieder frei bin ähm geil 10 rating bekommen wenn es für den ersten platz köftespieß gibt was gibt es für den zweiten platz lammatun ein handy ich brauch ein handy aber frisch aus der maschine bitte aber oh jawoll degi ach Gott oh Gott oh Gott und für platz 3 nix reden warte mal i rating ja ok ach Leute ja war doch ein schönes event hat bock gemacht war crazy man kudos an alle die organisiert haben also keine ahnung ich hab nicht mal eine ahnung gehabt von wann was ist aber ihr habt immer direkt so ja macht keinen kopf drum ist einfach da und da ja ich glaub da hat jeder im endeffekt seinen job erfüllt das war perfekt ja mega geil Results alle wollen sich gerade die Results angucken ne wir wurden zweiter sogar oh Gott ich hab noch viele viele Danksagungen zu tun ich bin mal kurz gemutet ok ey aber das ist krass dass wir tatsächlich zweiten und dann noch so dominant gegenüber dem dritten geholt haben es waren trotzdem noch eine minute 18 die mussten einmal mehr stoppen als hier ja aber trotzdem also gut rausgefahren aber von Rene nice du von dir auch ja keine ahnung so meine lieben so meine lieben ich bedanke mich an der stelle nochmal bei mercedes mk der hatte nochmal 100 bits rausgehauen für 20 slash 25 stunden und eine weiteren und eine verdienten und einen verdienten und einen verdienten zweiten platz danke an das ganze team huch replay saved wow irgendwann hat das ja doch geklappt ähm danke an das ganze team für die unterhaltung ja gratulation an der stelle übrigens auch an das sieger team äh das sei definitiv auch erwähnt marco steiner hat 10 gifted subs rausgehauen mercedes mk dann nochmal mit 100 bits let's fetz haut 500 bits raus für den time for hype train explore nochmal mit 100 bits der dore nochmal mit 50 euro und übernimmt da nochmal die gebühren für gg und gz herzlichen glückwunsch zur super leistung an euch sehr schön vielen dank man vielen vielen dank der dore der ösi floh der haut auch da nochmal 5 gifted subs raus äh vielen dank natürlich auch da also euch allen gilt mein dank äh marcel raided hier rein party pings äh hat mit prime reingesubbt boxy zockt subbt rein äh willix haut zwei gifted subs raus grill grill bill sub mit prime rein i'm stingray hat gehostet vielen dank auch dir stingray logisch äh bills mit 100 bits gg und gib ihm sacca holen mit dem prime sub in den zweiten monat gg an alle geiles event äh don mike mit den 100 bits geiler stream 24 stunden tolle unterhaltung dankeschön an alle äh wir sind sogar bei 25 stunden insgesamt das ist dezent crazy now yeah vielen dank für den prime sub auch dir der ösiflow dann nochmal mit zwei gifted subs speedy mit zwei gifted subs taga und zock mit einem gifted sub auch nochmal und kalenderer mit einem prime sub heiliges kanonenrohr ey und an der stelle wie gesagt nochmal vielen vielen dank an alle teilnehmer ähm sowohl im team und dazu zähle ich jetzt nicht nur die fahrer sondern auch die leute die die gesamte orga gemacht haben ja liebe mods von rené und auch von mir gucke euch an ähm vielen dank an euch alle die hier eingeschaltet habt und äh wir waren halt über weite strecken der meiste der der iRacing stream mit den meisten zuschauern noch vor romain crojean und es ist ein formel 1 fahrer und nicht wie latifi der noch kein formel 1 rennen gefahren ist wo man sagen kann ja gut der ist vielleicht halt nicht so bekannt aber sondern halt der fährt schon seit jahren der ist gegen reikönnen gefahren im team und hat auch teilweise mal rennen gegen reikönnen gewonnen ja ähm war mega geil also vielen vielen dank an euch alle die ihr eingeschaltet habt für den krassen support ich bin eh niemand der so da verdeckt irgendwie groß arbeitet mit vielen dank an melding nochmal 400 bits danke für das geile event ähm wir sind bei 1494 sub punkten 1471 subs und das ist absoluter rekord ähm wir sind um ein vielfaches also um um einen großen wert über dem was nach dem not the gp noch stattgefunden hatte ähm ja das ist äh was soll ich sagen ich bin ich bin da halt echt baff ähm was heute los war wie viele leute heute dabei waren das ehrt mich halt so unglaublich weil im endeffekt wie gesagt das ist das eine ist halt zum beispiel ein formel 1 fahrer manche fahren im top split und die anderen gut ähm die fahren dann halt unter anderem auch mit profis aber ähm ich meine das ist jetzt nicht das erste mal gewesen dass ein 24 stunden rennen irgendwie so krass dann bei euch angekommen ist also manche sind vielleicht seitdem neu dazugekommen manche haben okay die nachbarn machen auch noch mit ähm manche haben die asset of corsa 24 stunden rennen auch schon mit ähm miterlebt und feiern das seitdem oder schon vorher haben sie so aktionen gefeiert und ja ey alles in allem ähm hat schon ein bisschen aufwand natürlich gekostet aber es hat sich volle karte gelohnt es hat mega viel spaß gemacht und äh ja mega geil und ähm wer weiß wenn dieses gesamte wenn die gesamte aktuelle angespannte globale phase mal endet dann kann man ja vielleicht auch nochmal so ein event machen vielleicht sogar mit zwei teams oder so irgendwann ey ich brauche so ein ich brauche größere ich brauche mehrere büroräume das wäre geil haben wir so zwei drei sims kann zwei drei autos laufen lassen das wäre richtig krass ja ey ihr lieben ansonsten ähm geschicht untergreifend danke danke war geil auch an die ganzen mods die bei die im chat aktiv waren an alle die im chat mitgeschrieben haben ähm der chat war zu ja 99,999999% ähm positiv und richtig geil eigentlich nicht erwähnenswert ähm wo ich mal irgendwie nicht angetan war ja ganz ehrlich Louis Hamilton hat's geprägt ich sag aber trotzdem mal best fans weil ganz ehrlich ist so ist so ist so sorry ähm 15 Minuten gepennt insgesamt ähm während des gesamten Rennens irgendwie versucht möglichst viel Einsatz zu zeigen als ich gemerkt hab ich bin wirklich gerade für nichts brauchbar im Renngeschehen hab ich dann gedacht okay ich geh jetzt lieber pennen war dann auch nicht mehr so super hilfreich aber ich hab mein Bestes gegeben und wir haben wir haben echt einen zweiten Platz geholt der richtig stark war gratulation nochmal an das gewinnende Team ja das war insgesamt schon krass das war schon geil ja Leute und das Digi ist jetzt bei so vielen Leuten ey ohne Mist ich muss sagen auf eine Sache bin ich halt auch unglaublich stolz dass wie viele Leute mittlerweile nicht mehr Charles Leclerc sagen sondern einfach nur Leg Leg sagen ich finde das ist einfach so geil das kann man also super unbedeutend einerseits sehen aber andererseits ist es so geil wenn man so einen Insider hat und so viele Leute bei diesem Insider dann einfach mitmachen und ja genauso bei Digi jetzt freut es mich halt natürlich auch dann für Calvin einfach das ist halt auch super lustig und ja das habe ich auch schon mal gesagt René und Calvin das sind halt zwei so unglaublich sympathische Leute und ich bin halt super froh dass ich auf Twitch halt mit denen in Kontakt getreten bin und das irgendwie hat es sich gefunden weißt du das ist halt so es passt einfach ja es passt irgendwo ist man auf einer gleichen Wellenlänge ja und ansonsten ich bin gleich nochmal beim Overtake Community Race Event ich werde das hosten hier auf Twitch aber bis dahin können wir vielleicht mal einen kleinen Raid machen ich würde sagen nach so viel Action brauchen wir vielleicht ein bisschen Entspannung und was könnte dazu besser sein als eine Aufbausimulation und da raiden wir doch den Niemwalle und ansonsten bedanke ich mich an der Stelle auch mal sowohl an den Livestream dass ihr alle am Start wart als auch an die Leute die im VOD am Start sind hoffentlich habt ihr die 24 Stunden genossen weil es gab so viele Facetten bei diesen 24 Stunden Rennen die man glaube ich genießen konnte ja Bewertungen da lassen natürlich nicht vergessen gerne Abo raushauen gerne auf Twitch auschecken weil wenn sowas live stattfindet ist es glaube ich immer was besonderes und ja bis demnächst bei einem weiteren schönen Event dieser Art ich glaube im August können wir uns da Spa anschauen und so ansonsten haut rein